Und da sind wir live. Sag doch mal alle Hallo. Hallo. Moin. So, ich join schon mal. Ich werde mal gerade einen sehen. Ich schätze den sehen wir vielleicht. Ja, den kann ich aufbehalten. Das ist kein Thema. Kann man vorher irgendwie einstellen, wenn man den behalten möchte? Kann man was machen? Ja, um das dann nachher on demand quasi zu stellen. Äh, ich verstehe. Das musst du bitte nochmal stellen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ob man den streamen, ob man das vorher jetzt einstellen muss, ob man den nachher als on demand behalten möchte. Ähm, glaube das ist standardmäßig aktiviert und du kannst es dann am Ende... Ja, aber ganz sicher bin ich nicht. Ja. Sehen wir dann. Ich habe jetzt noch nicht so ultra oft bei Twitch gespielt. Ich war immer bei, ähm, Hitbox hieß es damals, glaube ich noch. Ja, damals. Damals. Da haben wir das noch ausgedruckt und hingeschickt. Ja, damals, als der Krieg noch lief. Oh, hier sind brennende Leute bei mir. Da kann mal einer, die Feuerwehr rufen. So, ich komme auch rein. Okay, also bei mir sagt er gerade, ich kriege gerade so ein bisschen die Anzeige, dass bei mir das Trieb ab und zu mal rot wird. Sponge, rot. Bitrate kommt nicht hinterher. Äh, ich muss das gleich mal eben kurz nachgucken. Könnte sein, die CPU-Leistung könnte die Bitrate ein bisschen übersetzen müssen. Aber das ist interessant. Weil eigentlich finde ich das komisch. Läuft eigentlich super. Nur ab und zu bricht die Bitrate ein bisschen einfach um. Weiß ich nicht. Muss sich vielleicht erst dran gewöhnen. Das wird sein. Ja, eigentlich. Interessant. Oh, oh, ach du Kacke. Ich laufe, ich laufe weg, ich bin weg, ich renne. Da war nix, ihr habt nix gesehen, keiner hat's gesehen. Das war 20 Uhr, oder was? Oh, scheiße. Jetzt schon 20 Uhr. Nein, aber da war ein beschissener Zombie-Bär. Dem möchte ich nicht Hallo sagen. Danke. Zombie-Bären, die sind echt. Also die sind, Zombie-Bären sind selbst, wenn du komplett ausgerüstet bist. Ja, sehr, sehr schwierig. Oh, mein Schatz-Brenn-Farger. Ist auch nochmal dabei. Oh, gut. Nice. Hey, die Zombies. Zombies können jetzt richtig springen, ne? Also lange sie nicht mehr auf Schufa 5 sind. Ich hab ja ein schickes Haus. Vielleicht solltet ihr zu mir kommen. Ja, ich mach mich auf den Weg zu dir. Was ist denn eine halbe Stadt hier? Oh nein, oh nein. Nein. So war Vogel. Das war bei mir so am. Genau, ja. Die am Laufen. Äh. Äh. Wir waren zu einem Squad mit. Bisschen reichen drauf auf uns, aber. Bei uns. Okay. Dann 7Ds nochmal, äh, etablieren. Oh. Ach Spaß. Amontow, wir sind ja jetzt hier, also. Oh, das Haus hier ist sogar ein... Ah, Nox ist unter einem Kilometer weit weg. Jo, ich war auf dem Weg nach Kamerad, aber wir können auch erst, äh, uns zusammen treffen. Ja, also hier sind die Hose, das ist ein Versteinhäuser. Ich glaube, nein, aber ich muss, ich muss rennen, ich muss rennen, ich kann nicht stehen bleiben. Ich hab hier so ein Nämchen. Leier hinter mir. Komm hier gerade durch eine Stadt. Oh. Ich hab was für Linus. Der Geier hat doch nicht mehr. Ich seh'n Geier in der Ferne. Sieht doch nicht. Unten brennen sind Zombies. Mehrere brennen mit Zombies. Alter, dieser Mistvogel. Geiler mies, muss ich sagen. Katze. Alter, drei. Drei. Ich glaub's nicht. Drei. Das waren die, jetzt sind es immer noch zwei, die hinter mir her sind. Ich glaube, ich spinne. Ich bin offensichtlich gut zu vögeln. Hm. Das sind Dinge, die man wissen muss. Ja. Das gibt's vielleicht die Horn echt nicht ab. Ich hab schon eine Axt bauen. Nein, geht mir noch. Volk. Boah. Oh nee. Die früchte Geier sind mich. Boah, es sind schon wieder drei Geier. Das gibt es gar nicht. Wie viele Geier fliegen denn hier rum? Das hab ich aber auch noch nie. Kommt hier her. Hier sind keine Geier. Und hier sind beziehungsweise auch keine Zombies. Wenn ich bei dir bin, hast du Geier bei dir. Da drüber? Ja, das scheint auch ein anderes Biom hier zu sein. Jetzt hier, schnell Axt. Ich hab auch drei Geier. Oh nein. Okay, ich komm wieder direkt hinter mir. Das gibt's doch gar nicht. Nox nähert sich. Okay, das Spiel bestimmt so eingestellt. Auf fünfzig Zombies und 180 Geier oder so. Ich hab ja sonst schon wirklich mal ständig mal Geier irgendwo gehabt. Aber dass ich drei Geier hinter mir hab, das ist echt der Hammer. Wenn ein Zombie von links. Eventuell, Komrad, müsstest du vielleicht mal den Direktmodus nochmal abschalten. Ah, du meinst, dass der... Ja, diese niedrige Latenz. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass der... Weil es ist nicht so, dass meine CPU keine Leistung mehr übrig hätte, sondern dass er die Bitrate einfach runter droppt. Ich hoffe, ich find das jetzt wieder, ich find die GUI von Twitch so unübersichtlich. Das war im Dashboard und Kanal-Einstellung. Ah, im Dashboard wieder, ja. Oh, ich hab die Geier. Oh, die Geier. Der Ingo ist gerade hier herbeigetreten. Oh nein, ich seh schon wieder, ich seh schon wieder einen Geier. Das gibt's doch nicht. Und wie werden meine Angaben nur irgendwie so ein bis zwei Sekunden verzögert verarbeitet? Interessant. Hast du vielleicht einen hohen Finger? Ey, es sind schon wieder zwei Geier. Ach, Mann, ey. Normale Latenz. So, ja. Ist du im Schneegebiet, Komrad? Nein, nein, irgendwie. Tut ja uns doch mal gut. Ich will zwischendurch auch Schneegebiete, wo ich gerade laufe. Eigentlich hast du nicht mehr weit. Ja, 600 Meter oder so. Ich wollte eigentlich mal... Ja, so. Arrows. Kann ich bauen. Ja, hier. Oh, aus den Dreieckern ist jetzt wieder einer geworden. Ja, das war's wohl, Komrad. Jetzt wird lautstabiert. Hm. Kammer wohl nicht hinterher. Ich bin nicht hinterher. Oh, das war ich. Oh, das war ich. Das ist auch so, dass da so ein Scherzumspieh drin ist. Oh, noch 50 Meter ist da im Nox. Ich hoffe, wenn ich dich nicht sehe. Ja, ich bin hier im Garten. Da ist echt jemand gestorben. Oh, du bist pink bei mir. Was? Ja. Okay, ich dachte schon, ich hätte irgendwie Kraftquäler. Das kann man halt jetzt einstellen. Ja, so eine gesunde Kellerbräune in pink. Dicker fetter Zombie. Oh, dieses Haus müssen wir erst räumen. Ja, da sind wahrscheinlich noch mehr. Also, ich laufe weiter zu Komrad. Wir dürfen nicht mehr weit auseinandersetzen. Zwei Zombies. Okay, wir haben uns gerade schon getroffen. Drei Zombies. Oh. Warum hat er denn ab? Vier Zombies. Fick der. Das Haus ist ja... Alles nur Cheerleader. Sprengst du also gerade eine Pyjama-Party? Ja, scheinbar. Da wollen die Mädels so ein bisschen Spaß haben und da kommt der Komrad, der Spanner. das ist das Kirchenhaus, in dem du bist ja, ne? Ja. Oh, guck mal hier, ist das ein Trampolin? Ach ne. Trampolin. Die Kirche, oder was, ne, in der du bist, kann das sein? Äh, ne, ist nur ein normales Wohnhaus. Ah, da wirst du ja. Wollen wir nicht die Kirche machen? Ja. Wie stabiler ist? Ich weiß nicht, ob die stabiler ist. Ja gut, die meint vielleicht am Anfang noch ein bisschen zu groß für uns. Irgendwie ist es etwas mehr, wie die Haus-Eingaben verarbeitet ist. Die Taktikatur mit der Eingaben war irgendwie verzögert. Das ist ja eine interessante Farbe. Aus den Zombies kriegt man jetzt nix mehr raus, oder? Ne, gar nix mehr. Aber wir, wie ihr gerade mit Sicherheit alle gesehen habt, kriegen wir unsere XP jetzt geteilt, wenn wir, wenn wir nah genug beieinander sind. So, äh, welche meinten Kirche? Das hier, das ist so eine Kirche, oder nicht? Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu groß, um das jetzt schon zu verteidigen zu können. Boah, das hat ja wirklich einen geilen Balkon, ne? Ja, aber das Ding ist riesig. Komm, wir laufen ja drum herum. Ja, das ist riesig. Richtig, richtig groß. Also, Matau, das sollten wir auf jeden Fall mal looten. Daher riesen Gebäude, aber alles Holz. So. Das ist ja erstmal alles stärken, ne? Oh, toll. Wenn ich aufhör zu laufen, laufe ich erstmal noch ein bis fünf Sekunden weiter. Hm. Okay. Hast du denn so einen roten Ping, oder sowas? Ne, ne, äh, ich kann mich... Problem ist umsehen. Angst laufen ist ein Problem. Wir sollten, glaube ich, jetzt langsam mal irgendwie in die Häuser rein, ne? Dunkel. Ich habe ein 31er Ping. So, Ingo hat wohl Probleme und das Spiel irgendwie ordentlich zum Laufen zu können. Ich gehe raus, äh, meine 10Ds zu starten. Alle. Ich gehe raus, ne? Tschöö. Tschöö. Oh. Äh, ist das so ein Kriecher? Huch, ist am Baum vorbeigelaufen. Gegen die Wand. Also hier unten ist sicher in dem Haus jetzt. In dem, wo ich bin. Da ist noch ein Keller, den habe ich noch überprüft. Und ich habe oben noch überprüft. Ich meine, das Haus jetzt sicher, also zumindest unten. Hier. Hier. Auf der Etage. Äh, ja, ich hatte gerade kurz mit Ingo geschrieben. Ich habe schon einen Eingang gefunden. Hier sind noch zwei. Hier schweißt du rein zu sein. Ich komme jetzt noch unten. Du seid ihr schon drin? Ja. Und wo? Es gibt auf beiden Seiten einen Eingang. Auf der einen ist zu. Aber ich höre ein Zombie. Ich habe hier einen Eingang gefunden, der zu ist. Und auf der anderen Seite von hinten. Ja. Ja. Da kommen zwei Spackos. Ja, ja, zwei Stück. Oh. Die waren in einem Zimmer oben noch. Ganz nette Zeit. Oh, oh Gott. Ich dachte, ich habe gerade erst. Das seid ihr. Sind hier erstmal ganz viele Zombies. Kann denn mal einer den Teufel austreiben? Ja, wir sind hier oben im Erdgeschoss gerade beschäftigt. Ja, ich auch. Dahinten ist noch einer. Ah. Ah, jetzt ist es gut. Mach mal nur einer. Oh, von hinten. Aber weiß jetzt auf jeden Fall, wann sie direkt tot sind. Wenn man die XP kriegt. Oh, da kommt noch einer. Alter. Der andere ist noch wieder aufgestanden. Ah. Oh nein. Jetzt rennen die. Jetzt rennen die schon. Ah, ich bin tot. Ja, die rennen schon. Shit. Geh rein. Wer atmet hier so schwer? Der Optimus glaube ich, ne? Oh. Rekt. Oh, ich... Oh, ich... Ich sehe gar nichts. Ähm. Hä, man kann nicht durch die Tür connections schießen. Wo ist meine Tasche? Wo ist meine Tasche? doch vor eigentlich auch angezeichnet ja aber es war so dunkel hier hallo so hoffen der ingo schockt geradezu wollte gerne die grafikeinstellung sehen die ich habe macht ihr mal ein screenshot ingo ich habe erstmal holz gebrochen damit ich die tür wieder zu machen ich hatte irgendwie noch ein bisschen holz hast du eine tür gebaut ich habe gerade ich bräuchte das ist so dunkel ich meine auch gelesen zu haben dass zombies nicht mehr einfach nur durch türen durch rennen ich weiß auch nicht ob sie das mittlerweile schon wieder rausgepatcht haben sondern grundsätzlich immer durch die schwächste stelle kommen mein spiel funktioniert nicht mehr ja ich hab's gehört was ist denn das für eine scheiße grundsätzlich durch die schwächste stelle das natürlich antwortet das wäre der keller inwiefern funktioniert das spiel nicht mehr hallo der schmiert ab ich sehe den anfängsbildschirm und dann geht es aus du könntest versuchen mal ERC auszumachen das macht bei einigen leute probleme also beim starten den launcher benutzen das kann auch nicht sein die teile ging desto noch wie man kann keine fackeln mehr aus kohle bauen ist ja furchtbar ne du musst jetzt irgendwie tatsächlich Sachen haben war dunkel ich sehe nix könnte ich noch nie machen wo seid ihr jetzt gerade alle? ich bin in der Kirche ja wir sind im Haus naja auf jeden fall sollen zombies jetzt immer durch die schwächste stelle durch kommen was irgendwie taktisch irgendwie sowohl ein bisschen dämlich ist vor allem wenn du einfach willst dass die zombies durch die bestimmte gegend gehen ja ich hab jetzt gerade keine zeit ich hab hier ne scheiße rennende mama ich brauche Hilfe naja wir sind jetzt im haus und ich geh da jetzt erstmal nicht raus ja ich muss aber bei euch rein ich hab da wo seid ihr im haus? ich bin im keller vorm haus ja da kannst du hochklemmen ja nein die zombies überall ich hab doch noch gar nichts klingen gemacht hier es gibt zombies nein und haben wir auch noch nicht weil wir überrascht worden sind und dann sind wir gestorben ja jetzt sterbe ich auch weil ich sag mal das gibt es doch nicht ich kümmere mich da vorne um die ganzen zombies und ihr macht nix hier sag mir noch n keller ich hab noch nicht mal ne Waffe wo bist du hier im keller? Jungs 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 gehen das regionalen keller naja werde ich jetzt nicht naja werde ich jetzt auf dem ich bin jährlich bin und auf den keller raus ich musste doch abbauen mit den Sono. ... du glaubst er wohl dass die unteren keller rumstehen wenn da unten die zombies russe sind die rennen tid留 Cubach es ist da ich höre noch auf den zombies bin ich angreifen wenn ich halt tot sehen tue ich sie nicht aus einkommen hat noch nicht dann was auch mit tor leid doch irgendwo ja das macht uns sichtbar toll aber wenn es du das sehen wir gar nicht das hat die nacht und es ist 21 uhr das ist die erste nacht und auch mal und ich sitze und ich hocke einfach draußen mit laufer wie es im dunkel also die sind durch die türen gekommen ja natürlich die kommen immer durch die türen zumindest sind sie früher immer durch die türen gekommen aber das ist die erste nacht der gott die könnten ja vielleicht nicht ja was glaubst du was hier abgeht ich habe mich also wenn ich jetzt borne dann draußen auf einmal bekommen was krieg ist das immer oder was wir tun ja mal eben schon ein schlafsack hier bauen mein schlaflack sie klicken im gebäude hauptsache ich kann mal eben ein schlafsack irgendwo hinlegen ich bestimmt gleich sterben will ich sehe auch überhaupt nichts es ist ja so dunkel hauptsache ja weißt du das lustigste daran finde ich halt dass wir jetzt dass wir jetzt immer auch den lebensbalken der anderen sieht das ist schon das ist schon lustig ich hab gehört wie es kameratz der spritzelt hat ich auch nur noch du bist durstig trinke flüssigkeit ich würde trinken wenn ich was hätte ich finde so was die eigenurin hätten ja ruhig mal einbauen können oder ich hole mir jetzt ein bier das hält ja gar kein aus meine freunde bist du 14 meter angeblich neben mir gestorben ja das ist gut dass du gestorben bist bevor du bei mir warst jetzt wahrscheinlich die zombies noch bis zu mir geholt ich habe auch einfach nichts gesehen ich habe gar nichts gesehen nur die umrisse von dem boss also ja so ein bisschen was sehe ich auch so lustigerweise in der entfernung da sehe ich richtig viel aber so direkt vor der nase ist echt wirklich schwer aber ist halt mond ne wobei sie das eigentlich schon ganz schön gemacht haben mit dem licht ich finde es halt aber auch interessant ich weiß dass in den vorherigen versionen war gamma 50 prozent standard jetzt ist 33 prozent standard also die haben das sogar noch weiter runter gedreht du kannst immer noch auf 200 prozent hochschieben das muss ihr dann mal reinziehen ich muss auf dem windows pc sein neu starten dann geht es auf was muss es sein muss ein windows pc sein das problemlösung sehr schön alternativ hätte es zu versuchen können den launcher zu starten und da er zu deaktivieren das scheint wobei einigen leuten auch probleme zu machen wegen läuft aber auch ohne rc und die gamma hochstein ist wirklich toll auf einmal ich habe schon ich habe schon Nein. Also Komrad macht Echo. Ja, das stimmt. Ist klar. Ich mach kein Echo. Spiel Komrad mit Lautsprechern. Ja. Gut, wenn ich etwas sehr laut bin, dann machen wir mich etwas leiser. Ähm... Eingabengerät. So besser? Bei mir ist gerade auf einmal Tag hell geworden hier. Bin ich jetzt so gut zu verstehen? In einer passenden Lautstärke? Ja, du hast halt noch Komrad Echo aber ansonsten. Ja, Komrad Echo, ja. Also bei mir ist gerade draußen Tag hell geworden fast. Richtig krass. Lustigerweise bin ich immer noch genau so schlecht zu sehen, als wenn es noch dunkel ist. Ja. Der weiß nicht, der war der Rad die ganze Zeit gar nicht da. Deswegen hatte er auch so ein lautes Echo, weil er bestimmt das Headset direkt neben den Kopfhörern gelegt hat. Hm? Ja, genau. Ich hab mein Headset nur abgesetzt. Ja, ja. Ja, ja. Hast du direkt neben die Box gelegt. Ich hab ein Headset. Nichts Bock. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hurra! Ich hab schon wieder einen Zombie. Das find' ich nicht toll. Ja, also nicht noch irgendwie 3 Stunden und 45 Minuten verpissen? Äh, da fällt mir ein. Ich hab das um 4 Uhr nachts auch, oder? Ja, 4 Uhr, 4 Uhr nachts ist morgens. Hm. Färfer so bis wie früh. Das ist Komrad. Das ist wirklich sehr schlimm. Ja, Komrad hat ein richtig krasses Echo. Nicht lustig. Ich glaub' ich steh' immer stumm. Ähm. 0.20? Ist das richtig? Was? 0.25? 0.20? Ja. Da ist die Fischer rennen jetzt, ne? Ja. Na toll. Komrad. Herr Komrad. Herr Komrad. Ähm. Herr C tut ihm auch'm Rat. Sag mal Bescheid, wenn es Tag ist. Und wenn der Komrad nicht dann was an seinem Echo macht, dann... Schmeiß' mal den raus. Ich hab ihn einfach nur aufgestellt. Ja, ich mach' ihn jetzt ab. Er ist immer hier. Habe ich hier nicht eben noch einen Bogus gesehen? Ein Bogus? Ja. Vorhin? Vor ner Stunde? Achso. Äh. Ja. Der ist abgehauen, weil das Spiel bei ihm nicht ordentlich lief oder was. Irgendwie so. Achso. 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 Da kriegt jemand gerade Kloppe. Ja. Ja, Komrad. Ja. Aber wir können seinen Schmerzen sprechen nicht hören. Zum Glück. Ja, weil er sein... Sein Echo bestimmt immer noch nicht gefixt hat. Aber das war lustig. Ich hörte ihm wie er Schmerzen hat. Und direkt so 5 Meter neben mir so. Weißt du? Die Zombies hinter ihm her um mir und mich. Oh nein. Soll ich den Wolf? Ich wollte mich doch veräppeln. Ey, das ist echt übelig. Ich sitze hier mitten auf der Wiese. So überall Zombies. Es ist tatsächlich ein Wolf. Die scheiße hier... Die... Die größeren Kleiner. Der kommt direkt auf mich zu. Muss ihn... Ich muss ihn... Ich hab ihm einen Headshot gegeben. Ich hab ihm einen Headshot gegeben. Yeah. Er ist sofort gestorben. Ich krieg durch rumsitzen XP... IP. Da vorne rennt schon wieder einer lang. Nein. Jetzt... Komrad. Du kannst doch nicht da lang laufen wo du die Zombies zu dir holst. Dass sie direkt an mir vorbeilaufen. Jetzt bin ich nicht mehr... Jetzt suchen die mich. Bin ich überhaupt nicht toll. So. Horat ist gestorben. Das heißt, ich bin wieder sicher. Hahaha. Die Fressen kommen gerade. Super. So. 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 Warte mal. Ich mach mal den Komrad nochmal wieder. Den Ton an. Vielleicht hat er ja sein Mikrofon jetzt. So Komrad. Hast du das Echo gefixt? Hallo. Hallo. Ich hoffe doch. Ja. Ja. Sehr gut. Hört sich sehr gut an. Ich hab ihn mit dem Feintuning noch gewischt. Feintun. Dann schalten wir mal wieder ein. Ja. Ich spiel. Ich weiß doch, dass ich äh. Ich wusste. Ich kriege die ganze Zeit immer die gleichen Meldungen. Dass Barbecue gestorben ist. Aber Barbecue will nicht mit mir verbündet sein. Nee. Ist der überhaupt noch auf dem Server? Der ist doch vorhin runtergegangen. Der ist doch nicht mit mir verbündet sein. Der ist doch nicht mal online. Auch beim letzten Spiel. So eine längere Teilphase. Finget angezeigt. Nee. Ist ja grad gestorben. Ach. War das wirklich? Ja. Ich dachte. Ich dachte. Das wäre der Bug. So gut. Dass die alten Nachrichten immer angezeigt werden. Nee. Ist wirklich grad gestorben. Schreib dir mal. Schreib dir mal. Dass er die Dings annehmen soll. Gerade hier. Zombie. Töten. wo rechts. Das magen. Absolut. Mm? As friendly. ich hab da noch mal ne frage beim server wenn ich dann ping habe von minus 1 ist das jetzt gut oder schlecht das heißt du bist macht etwas bevor es auf dem server passiert also in unserer realität bist du auf jeden fall da nicht ich hab 88 jetzt aber ich hab hier in der liste halt etliche drin stehen die ein ping von minus 1 haben der auf dem server der ping ist halt der ping ist weißer minus 1 1 bedeutet unendlich solltest du doch mal die konfiguration kennen minus 1 hatte ich noch nie ein ping ich hatte mit einem kollegen aus den usa zusammengespielt letztes dieses jahr war ich glaube vor einem halben jahr oder so hat man da hatte er ein ping von 25.000 oder sowas also die die anzeige ist hat sie schon ziemlich ziemlich dämlich oh verdammt einer hat dich gefunden jetzt kloppt dir die bude ein das ist der hammer wie ich hier draußen die ganze zeit in der wiese aber rumkriechen bin und und um mich rum ist überall barbecue hallo hat nichts nein jetzt habe ich gerade meine keule rausgeholt weil ich den weil weil ich den wolf den ich vorhin zerlegen wollte jetzt ist der gerade einfach so verschwunden genau in dem moment ich glaube ich spinne dieses spiel ist mir meine wohlverdiente beute weg aber das darf ruhig langsam wieder tag werden ok stop ha erwischt mir fehlt noch ein stein leute ihr müsst euch mal anstrengen ich habe schon 18 feinde getötet 18 mal gestorben ja also habe ich dich wohl nur die ganze zeit getötet ich wusste nicht dass man auch auf zombie seite spielen kann 2 uhr schon ab 6 uhr konnte man wieder drauf dann ja ja ab 4 uhr ab 4 uhr laufen sie nicht mehr ok ja ich glaube ab 4 uhr war es kriegen wir gleich den ton zu hören bin doch erst später wirst du es merken und trotzdem noch rum äh was meinst du mit äh die sind noch da die zombies klar die verschwinden nicht einfach aber die rennen halt eben nicht also im Grunde genommen ist das auch nicht so schlimm dass die rennen wenn du nur einen zombie hast mit dem kannst du umgehen aber wenn du so 5-6 zombie hast dann wird es echt echt übel vor allen Dingen wenn du noch hier mit bogen und äh knippel rum rennst also die erste nacht ist auf jeden fall schon wieder spannend geworden mit dem neuen patch das muss ich mal sagen ich kann mich nicht daran erinnern weil ich mich das letzte mal in der ersten nacht irgendwo draußen versteckt habe und ehrlich gesagt ohne so Lampe und ohne Fackel und ehrlich gesagt ohne so Lampe und ohne Fackel ist das ins Gebäude zu gehen nachts eigentlich auch eine ganz doofe Idee ist ja überhaupt nichts mehr draußen geht es ja noch ist ja wenigstens noch Mondlicht der Plan war ja zumindest dass man drin sicherer ist ja aber nicht wenn die ja gut die Holztür die haben die aber auch schon früher immer ganz voll kaputt geklappt ja jetzt habe ich aber gerade von dem Schatten hier echt was interessant wird ist dass die jetzt anfangen zu graben ja die graben die können richtig springen auch die ist zwar lustig aus wie die springen aber die können richtig springen da ist nichts mehr mit äh einen Block wegnehmen damit die dann runterfallen das mache das passiert denen nicht ok und Mob wird keine Gruben mehr bauen weil das bringt es auch nicht mehr server gekillt was ist gekillt? im Fall noch oh der hat uns mal den ganzen server gekillt das war noch ein save game diesmal keine Grub keine Höhlen ach so das meinst du ja das lag aber daran dass wir so eine riesengroße Hülle gebaut haben und die dann zusammengebrochen ist das daran ist dann der Server zugrunde gegangen bzw. wir mussten den glaube ich einfach nur mehrfach laufen lassen bis das ganze Ding runtergegangen ist hier habe ich gerade so ein bisschen äh kleine freezes ob die zu mir das hören wenn ich einen Baum fälle äh die werden hören auf jeden Fall dass du auch auf dem Baum klopst ne meine Anzeigen geht nicht hoch ok interessant aber das ist auch die Sichtbarkeit ne keine Hörbarkeit aber das ist auch die Sichtbarkeit ne ich weiß nicht ob das auch äh die Hörbarkeit äh äh reflektiert die Anzeige und der Typ da hinten bleibt von den Blättern stehen hier ist ein Half-Life 2 Hörbarkeit eine ich habe glaube ich nur noch 2 Minuten Wasser oder was soll das bedeuten Nahrung Wasser ne ja 41% ist auch cool ja ne das ist so n jetzt ist es sehr ernst ist jetzt übrigens äh schon wieder so dunkel geworden wieder gar nix nixig ach komm ich versuch's aber alles wo man reaktionsschnelles bewegen braucht kann ich die machen weil das funktioniert einfach nicht verstehe ich es echt nicht bei dem einen start das spiel überhaupt nicht bei dem anderen crash ist ab und zu seit 7 days to die aber bei mir läuft das einfach es läuft ich weiß auch nicht ihr wart alle nicht brav im letzten jahr so sieht es mal aus bestimmt alle kohlen ich will dass die scheiß nacht endlich aufhört eben sogar noch der eine zumbie springt in den fern einfach nur ein bisschen rum der cardio gerade was ein cardio cardio ich habe ja noch einen punkt habe ich alter bist du bescheuert gott hast du mich erschrocken ey ich dachte bis die ganze zeit habe den zombie da hinten gehört aber auf einmal läuft irgendwas vor mir her weil ich war gerade dabei mir ein perk aufzusuchen ich weiß da cardio das habe ich schon light armor ich dachte das ist so ein spielbänderspiel ach komm hier kochen wir uns zum kochen her ach erst mal was kochen ich habe noch ein ei und neun maiskolben ja das klingt nach oh nein der hat mich gesehen ich weiß nicht kolben weg aber mit können wir können wir wenigstens daraus kochen leiser klicken wer ist denn das wort klickt optimus ist deine maus noch mechanisch oder was muss nur ganz viel klicken vor dem spiel noch mit der kurbel drehen ne aber meine tastatur ist ja auch laut ich glaube die hört man wahrscheinlich auch oh nein jetzt habe ich gesehen du kommst du nicht mehr ich bin geradeaus da ich konnte schon gar nicht mehr zuschlagen ich finde das so ätzend dass sie nichts mehr dabei haben dass du nix mehr mit machen kannst mit denen also nur noch ein bisschen nervig ja die sind eigentlich nur noch dass du den platz machst ja und nur noch xp ist nur noch für xp also das finde ich das finde ich echt nämlich allein auch deswegen lohnt sich das auch mit den mit den fallen nicht mehr irgendwie ja kurz weg noch hin rennen und kurz hier noch da die ganzen den looter irgendwie so rausholen aber jetzt ist mehr davon ja so ein paar sachen haben sie irgendwie keine ahnung meiner meinung nach in die falsche richtung entwickelt und sowas passiert halt wenn du über ein jahr lang eine patch arbeit ist und die community nicht mit einbindest dann haben sie das spiel irgendwie für eine woche oder was hatten sie das in experimental und dann du es ist weihnachten ist jetzt stabil tschüss ja auch nie software vor dem wochenende releasen ja du willst ja das wochenende versauen ja die versauen sich das wochenende ja nicht die machen ja einfach dann die brechen ja dann alle alle brücken ab das ist wahrscheinlich auch die älteren versionen ja gut ich meine du kannst ja immer noch auf die älteren versionen in dem spiel zurückgehen aber das ändert ja nichts daran dass du ja eigentlich die neueste spielen willst ja irgendwas ist immer ja ich finde halt so weißt du wenn die sich da schon über ein jahr lang irgendwo eingraben und dann das alles machen da sind ja eigentlich auch coole änderungen dabei wie zum beispiel fahrzeuge und sowas aber im grunde genommen du kommst ja halt gar nicht dazu das auszuprobieren also ich bin noch nicht allzu weit gekommen in den spiel seitdem das alpha 17 ist so ich glaube jeden augenblick dürfte es hier morgen ja die sonne geht jetzt auf ja alles rot rot werden ja jetzt kannst du drauf kommen auf einmal ist es voll hell und es kommt musik es kommt musik musik kann eine brücke sein und jeder ton ist wie ein stein und jeder ton ist wie ein stein jetzt kriegt er auf die fresse jetzt kriegt er auf die fresse das hat mich von da unten alt ab da ich muss nämlich sagen das haben wir ja mit alpha 16 eingebunden dass die zombies auf einmal einfach so hinter einem spawner das ist so die dümmste sache die sie jeden im spiel reingemacht haben ich glaube das haben sie nicht hauptsächlich reingemacht das ist aber immer noch drin ich bin heute deswegen gestorben ich stand oben auf dem gebäude drauf in der ecke da war gar nix auf einmal bewegt sich mein auf einmal wird mein buddy weggeschoben und ich kriege auf die fresse da ist ein zombie genau da gespawnt wo ich gestanden habe das ist sowas von bescheuert also ich finde das auch überhaupt nicht lustig weil das macht auch überhaupt gar keinen sinn ich finde die die schlafzombies die finde ich cool das finde ich cool dass da zombies drin sind so weißte die schlafen und dann irgendwann aufwachen aber niemals darf ein gegner einfach so neben dir spawnen niemals egal welches spiel so was darf nicht passieren dass sie das immer noch da drin haben das nehme ich den richtig übel das nehme ich den richtig richtig übel weil das einfach das spiel kaputt macht nicht backpack davon hat einer vor euch schematics gefunden gehabt ja ich habe sie nicht gelesen ich kann man irgendwie nicht ich hab so ein paar zombies ich kann mich auch nicht mehr es gibt dann rezepte da kommt man dann auf rezept irgendwie leben kann man nicht mehr ja wieso nicht wollen wir hier bleiben oder wollen wir uns halt ah zombie da zum beispiel wo kommt der zombie her na wo kommt der zombie her wir sind doch hier gerade im her gekommen hier war doch gar kein zombie so dämlich so dämlich wir bleiben erstmal hier ja 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 es ist ja immerhin eine waldregion und ein haus ähm wenn ihr mal da diese freundschaftsanfrage da mal annehmt dann ähm ne war schon für uns seit 10 sekunden drücke ich dir das vor als ob ich war für die ganze zeit rum ich hab dir vorhin schon eine geschickt ich kann dir nicht schicken du musst die mal annehmen was hättest du denn davon ja ich mich dir annehmen ja wo muss ich den annehmen ja äh weißt du oben du gehst wenn du auf tab drückst oben wächst ja die community zeichen da die spieler zeichen dann müsstest du da plus oder sowas haben oh nein hier kommt grad ein zombie rein geh doch mal weg da ha 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 ja bewegen ist bei mir nicht schwierig wow Oh, natürlich. Schon wieder schnappt mir einer im Weg von euch. Nochmal! Ja, ich sterbe jetzt, ne? Das macht nichts. Ich hab nur noch ein HP. Ein HP! Also wenn ihr mir in Zukunft einfach mal so aus dem Weg geht und ich kämpfe, fände ich das total... Das geht nicht. Wenn ich total knorke. Ich höre immer noch ein Zombie. Ja, dann töte ihn. Ja, ich höre ihn nur, ich weiß nicht, wo er ist. Dann such ihn. Dann töte ihn. Das ist aber so, dass ich fest hier bin. Ich glaube, dass, äh... Aber wieso, wieso kann man die denn nicht lesen, dann verstehe ich nicht. Muss man dafür an dem, muss man vielleicht irgendwie an die Dings dran gehen, damit man die lesen kann. Oh Gott, ich bin hier mitten in der... Ja, nimm doch mal die Freundschafts-Anfrage von uns an. Hab ich hier nicht. Ja, pass auf, du bist da oben, du hast da oben dieses Spielerzeichen, ne? Ja. Ja, und dann hast du, siehst du uns in der Liste, ne? Und dann hast du doch bestimmt so Pluszeichen auch da drauf oder so. Auf, 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 auf uns. Nicht auf dir. Auf uns. Bei Party und bei Verbündete. Äh, ja, genau. Ja, da drückst du dann mal drauf. Ja, hab ich schon dreimal. Ja, hab ich schon dreimal. Party in Vicentu Nox. Und Optimus Bremen. Und Komrad, da ist ein Brief. Geht da. Ach, guck mal. AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Hä? Das geht nicht, da ist nichts. Ah ja, ah, cool. Ja, cool, 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 cool. Ihr seid nur 2,9 Kilometer von mir entfernt, das ist ja saugeil. Auch die Ausdauer, die haben die so stark reduziert, ne? Du haust jetzt irgendwie so zehnmal mit der Axt zu und bist komplett fertig. Ist echt hart geworden, das Spiel. Und vor allem, wenn du stirbst, haben sie... Vorher war es ja immer so, dass sie dir dann irgendwie Leben weggenommen hätten oder so, ne? Mittlerweile ist es ja so, dass sie dir die Stamina wegnehmen, wenn du stirbst. Mein ich zumindest, ne? Die maximale Stamina nehmen die einem doch weg, oder? Machen sie eigentlich sogar noch viel schlimmer, also weniger... Ich finde weniger Stamina sogar noch viel schlimmer, als weniger Leben. Weil da halt dann ja auch... Ich will nicht mal wegrennen... Oh nein, hier steht schon mal. Ich brauch mal Hilfe, hier oben ist ein Zombie. Ich würd den ja kaputt machen, aber ich hab nur noch vier Leben. Ich hab auch nur 32. Ja. Hab ich eigentlich wieder drei willkommen? Oben im Haus, oder was? Ja. Danke. Bei mir hast du erstmal noch so'n Breakdance-Move gemacht, als du gestorben bist. Ich dachte, der ist oben. Der kam von oben. Ich klau mir mal dein Wasser, ne? Wenn du gleich kommst, brauchst du das eh nicht, aber ich hab jetzt Lust. So, und dann brauchen wir mal ein bisschen Holz, damit wir das Haus hier mal abdichten können. Alter, das ist aber interessant. Die haben hier... Kommt jemand nach oben? Ich werd mal was zeigen. Das haben sie interessant gemacht, das find ich ganz cool. Siehst du, was hier drinne ist? Da ist ne Tasche drinne, da musst du erst hier freiklappen, damit... Das find ich cool. Also das haben sie gut gemacht. Das ist zum Beispiel wieder ne gute Änderung. Ich geh mal... Ich geh mal... Weil ich bin auch drauf. Ziemlich gefährlich, der hat manchmal auch einmal mehr als ich will. Ähm... Ja, das macht er bei mir aber auch. Ich hab schon längst aufgehört, dann haut er noch einmal drauf. Vor allen Dingen hab ich aufgehört, bevor die... Bevor die Animation... Vor dem vorherigen geendet hat, dann macht's trotzdem nochmal. Das Problem ist, bei mir hackt er manchmal auf die Wand dahinter. Jaja, das hab ich aber bei mir aber auch, das äh... Das äh... Kann ich bestätigen. Verständnweise sehr komisch. Ja, wie gesagt, ich versteh nicht, wie die das Spiel in... In Stable reinpacken konnte. Also da lassen die sich ein Jahr lang Zeit... Ja. Und dann äh... Nehmen sie sich nicht mal irgendwie vier Wochen, um da irgendwie die Bugs zu fixen. Also... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die keinen Bock mehr hatten. Irgendwann musst du es einfach releasen. Wahrscheinlich haben sie gesagt, so, wir releasen das jetzt, dann werden die ganzen... Ja, ich mein auch schon... Ich mein auch schon über das ganze Jahr darüber hinaus, dass die da irgendwie schon keinen Bock mehr hatten. Deswegen hat das so lange gedauert. Ich mein, die haben jetzt nicht äh... Äh, äh... Der Change-Lock ist jetzt nicht größer als den, den sie vorher immer rausgehauen haben. Ja, da kommt ein Zombie um die Ecke hier. Ja, mach nen Tod. Ja, ich muss vielleicht erstmal ein Backpack wieder... Eigentlich Holz hacken. Ich hab ja keine Zeit dafür, du Kacknompe. Oh, nee, ist doch nochmal... Hast du hier inzwischen ne Tür gebaut, deswegen krieg ich den Ausgang nicht mehr. Haha. Ich hab ja endlich eine meiner Steine aufgebaut. Jod, ist noch ein Zombie drin, du bist... Was soll das? Ich war nie. Mal den aufbauen. Ah, guck mal. Vor dem Zombie jetzt ein hier. Am Arschlecken. Was ich durchaus gut finde, dass es nicht mehr so viele Item-Level gibt. Keine Ahnung wieviel es gibt, ich bin immer noch bei 1 bei 1. Ja, sehr viel mehr wird das glaube ich auch nicht. Haben wir jetzt hier... Ey, wir haben tatsächlich 2 Türen hier. Man kann jetzt 2 Türen bauen. Was? Das ist ja cool. Also das finde ich geil. Man kann jetzt auf einem Block 2 Türen bauen. Ah. 2 Zombie? Och, verfickte Scheiße. Mal her. da unten raus kommen die drei jetzt aber schon das ist ja die sind gerade eben war da unten nur ein einziger zombie drin ja da war gerade eben nur die eine tussi drin definitiv also ich finde dass wir das echt übertrieben haben machen kann ich keinen neuen feiner wie die chance haben wir wollen die haben wir auch alle haben wir auch alle unsere unseren unseren ding stein nicht mehr ich habe ihn noch ja dann du kannst du den mal platzieren damit wir auch das hier mal als unser als unser land irgendwie ja dann sporn die nicht mehr wir hatten die tür dazu gemacht mit dem eine nachricht anzeigen warum ich nicht platzieren kann wird die aktien zu was noch stärker je öfter man die baut keine ahnung was versuchst du zu bauen dem besitzblog vielleicht darf ich nicht zunahmen einer fremden bett und pflanzen das kann so eine platte müsste aber auch bett aber aufheben ja meine dürfte kein problem ist das eine von unseren das meine ja das wollte ich ja wissen ob die einer von uns ausgebaut hat das hätte ich nämlich jetzt kaputt gekloppt ja dann komrad nimmst kannst du mal dein 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 ding hier aufheben einmal dein schlafsack jetzt geht's die macht immer noch piep geräusche statt zu bauen ja dann keine ahnung warum das sollte ich mal probieren also ich habe jetzt vorhin so einen block gesetzt und du hast so ein block gesetzt sitzblock ja warum sagst du das nicht wir versuchen das hier die ganze zeit und das habe ich vor 20 sekunden gemacht oder so aber nicht gesagt genau ich könnte dich an dass wir dann in dem moment jetzt etwas freigeben oder deswegen ist es hier auch hübsch gelb glaube du kannst das nicht freigeben oder dann können das jetzt bauen das problem war ja nicht dass das wir nicht bauen können wir können ja hier bauen er kann aber den 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 ding stein nicht platzieren das ist aber ganz normal er kann den besitz stein nicht platzieren weil es ja meiner ist das genau das ist ja dein besitz aber dann weiß ich nicht ach so du warte mal du hast ja du hast ja erst 20 sekunden vorher man ja vielleicht sind dann ja jetzt endlich die zombies weg das wäre auf jeden fall mal super ist das spiel öfter mal am der stream öfter mal am fließen bei dir gratis katze halt dann könnte ich unter umständen halt die bitrate herabsetzen wenn das nötig ist der putzplan von unserer wg was für ein plan von unserer wg putzplan von unserer wg verstehe ich jetzt immer noch nicht sitzplatten von unserer wg putzplan achso hier ja warte ich zeig dir wer putzt ich komm her komm her ich zeig dir wer bei uns putzt ja warte komm her ich zeig dir wer bei uns putzt du denn hier oben komm her hier sie putzt bei uns alles klar das sind die entwickler da gibt es mehrere bilder von hier so ja putzfrau des monats das ist die putzfrau des monats oh mensch so zwei kilometer sind echt weit zu gehen ja das äh aber das hätte ich jetzt nicht gedacht ich hab gedacht so zwei kilometer das machst du mal eben ja gardio jetzt weißt du warum es gut ist oh ich brauche holz ich brauche holz ich hab eben den ganzen baum gefällt wieso brauche ich denn schon wieder holz aber ich glaube jetzt haben wir gerade auch ein bisschen ruhe oder nachdem der stein platziert worden ist keine sorge ich bringe noch ein paar ne musst du nicht aber ich bin hungrig ich brauche auf jeden fall mal was zu essen ich brauche mal rauskirchen holz das problem ist dafür bräuchten wir eine schmiede am besten gläser anstellen damit wir anständig wasser besorgen können ja du gehst schon du gehst schon wieder du gehst schon wieder fünf schritte voraus ich glaube das wird diesmal auch nicht so einfach ja ich glaube die schmiede wird durch den skills bei gescheitert oder sowas und aber auch bei bei Wir haben neue Flـ 4 Hopsam Haben wir unseren eigenen Wachhund oder was? Pourian wir mal Max entscheidet die Autos Aber schon wenn er die Mallorchen verändern kann Pass den villiger bei Panzer Er kann die Munition weiterhin wieder aufbekommen Was ist die Feineèsalte? die pfeile cool aber die geht auch oft aufgehendig auch kaputt wenn du den wenn du so irgendwie so so eine komische holzexplosion siehst wenn sie jemanden triffst der pfeil explodiert sieht zumindest so aus als würde er explodieren um Du meinst, man muss erst auf Intellect 4 und dann die Forge freistellten, du meinst. Das haben die tatsächlich deutlich verschwert alles mittlerweile. Erschwert. Ja, da gebe ich dir recht, die Performance haben sie mit dem Patch wirklich sehr verschlechtert. Also vor allen Dingen die Baumqualität ist ein Problem. Die Bäume sehen immer noch so aus wie in Alpha 16, brauchen aber deutlich mehr Performance. Wenn du aber die Baumqualität runter machst, dann das ja mal machen. Das haben die halt richtig verkackt. Wo war denn da? Das sieht doch nicht aus wie ein Baum. Das sieht aus wie so ein Gemälde oder sowas. Richtig furchtbar. Konnte man irgendwo sehen wie viel Hunger oder Durst man hat? Du musst auf Tab gehen. Ja. Dann gehst du auf den zweiten von links oben Charakter und dann auf der linken Seite kannst du durchschalten. Ich glaube auch auf Stats, da siehst du wie viele Sachen, was du hast. Okay. Oh nein, der ist noch ein bisschen stark. Oh nein, der ist noch ein bisschen stark. Aber wir könnten mal ein paar Steine sammeln, dass wir wenigstens schon mal Lagerfeuer machen können, oder? Ein Lagerfeuer ist schon im Haus. Okay. Ah ja. Steht da vorne so. Ja gut, dann lass uns mal jagen, ich brauch was zu essen. Ich bin sofort bei euch, ich bin sofort bei euch. Ja. Und dann? Und dann lade ich meine zwei Steine aus, die ihr dringend braucht und dann komm ich mitjagen. Und dann? Und dann krieg ich endlich was zu essen. Und dann? Dann weiß ich nicht, dann warte ich auf weitere Anweisungen. Und dann? Dann guck ich erst mal dem Müll nach. Oh, eine Glasplatte. So. Ah, hier sind ganz viele Zombies. Die kommen nicht zu uns damit. Genau. Aufnahme-Ritual ist 20 Zombie Kids. Das sind die überhaupt noch? Ja, die hab ich ja schon tot. Das macht, dass man seine Levels irgendwie erhöhen kann? Äh, was willst du? Deine Levels erhöhen? Oder hast du das falsch gesagt? Ja, er sagt, ich bin jetzt Level 2 und ich soll Sachen verteilen. Ja, oben die, wenn du auf Tab gehst, der Skills. Da dieser, äh, äh, Typ, der Gesicht. Also bestimmt mit der Studenten-Maske. Aus der amerikanischen Ding, keine Ahnung, wie man die Teile nennt. Ich bin ja gerade vorne in der Stadt, ey. Also ich höre hier einen Zombies, aber ich sehe jetzt gar nicht. Ich komme... Huch! Federn, immer ganz wichtig. Ich will lieber ein Tier finden, das ich töten kann. Ja, aber ohne Federn kannst du auch kein Tier töten. Äh, ich hab Federn. Ja, das Problem. Ich hab ihn. Federn ist auf. Es ist hier halt auch kein Tier. Ah! Hab ich nur keine Tiere. Ganz, hier gibt ja, den Wolf, den ich vorhin gefunden habe, der ist einfach so verschwunden. Das andere Tier, was ich vorher gesehen habe, war so ein Scheiß-Zombie-Bär. Er hätte uns auch nicht geholfen, selbst wenn ich die Macht gehabt hätte, ihn zu töten. Ah! Zombie! Zombie in roter Rüstung! Zombie in roter Rüstung? Was? Er meint nicht. Wo sind denn die anderen? Die sind da? Wo ist denn hier die Base? Oder das, wo ihr mit Zeit haust? Ja, neben der großen Kirche. Dieses kleine Häuschen hier vorne. Keine Ahnung, ich bin nicht bei dir. Wird's aber wahrscheinlich sein. Das kleine Häuschen hinter dem kleinen Häuschen. Oh, ich find keine Tiere. Ich will Tiere töten. Das ist nicht euer Haus hier. Ja, das kleine Haus hinter dem kleinen Haus. Wie, das kleine Haus hinter dem kleinen Haus? Wir waren ja zwei kleine Häuschen untereinander. Oh, ich hab... Traders... Traders... Traders, äh... Da ist ne Holztür drin. Da ist ne Holztür drin. Ach, der oben, ja, der sehe ich. Da ist auch ne... Tankfeier. Kann man da durch die Holztür reingehen? Nein. Aber du musst von hinten rein. Jetzt von mir hat grad die Tankstelle halb im Luft gelagert. Von hinten rein. Oh. Aber er hat das natürlich überlebt. Kann nicht mehr laufen hier, ey. Hier steht was von wegen Tor gesperrt. Ich bin wahrscheinlich eben von hinten gekommen. Ich bin jetzt aus R2 eingeg... Wieso gibt's denn hier keine Tiere? Das krieg ich doch echt nicht. Okay. Habt ihr hier schon irgendwo, ähm, so ne Kramsch, Regal-Kramsch-Krams? Äh, musst du bauen. So Kisten meine ich? Äh, musst du bauen. Wie muss ich bauen? Musst du bauen. Wo habt ihr denn euer ganzes Kram reingeschmissen? Irgendwo. Wir haben... Ihr seid auch gerade angefangen, wa? Ja. Ja. Ja, ach nein. Natürlich. Ja, äh... Nox, also im Ernst. Ja, du warst eben schon hier auf dem Server und hast hier schon stundenlang gespielt. Ich dachte, du hättest schon ne komplette Base fertig. Nein, ich hab vorhin auf dem ersten... Ja, das ist enttäuschend langsam mit dir. Ganz im Ernst. Ich hab vorhin auf dem, äh, auf den ersten Server gespielt, den Lucky eingerichtet hat, um zu gucken, ob auch alles läuft oder so. Und danach haben wir alles neu gemacht. Achso. Okay, hier oben liegt ein Schlafsack. Ich glaube, dass der gehört irgendwem. Ja, Schlafzwecke mal nicht kaputt machen. Da pack ich mir einen mal neben. Okay, wie kriegst du denn hier so ne Kiste? Die sicherte Aufbewahrungstruhe. Ja. Nimm doch die Dinge auf. Ja. Truhe, die sichert sich, glaube ich, von, äh, von Optimus. Ja, so wird es selbst eine bauen, aber nicht die von... Oh, nicht. Ich hab's solo und achten die Zonen gefunden. Also, irgendwie gibt es keine Tiere hier. Und dann kann ich dir nachher noch ein bisschen mehr Munizum geben. Ich hab eine Arbeitsbank gefunden. Vielleicht sollten wir mal die Tiere irgendwie... Die Anzahl der Tiere irgendwie höher stellen oder so. Keine Ahnung. Aber ich finde hier echt keine Tiere. Eigentlich sind wir doch hier in der Gegend, wo ständig Tiere rumrennen müssen. Was? Wieso sterb ich denn? Die Radio... Oh, nein! Hier ist ja Radioaktivität. Wieso, wo bin ich denn? Krass. Ja, okay, Leute. Äh, äh, äh... Ich bin tot noch. Ja, vielen Dank. Ich bin... Wieso, wieso bin ich da... Ah! Alter, krass, wieso bin ich denn radioaktiv verseucht? Wo bin ich denn da? Alter, ich hab einfach sofort... Sofort ne krass tödliche Dosis gekriegt. Äh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Hört mich hier rumstöhnen. Weinen, du. Ich bin gestorben. Da oben. Aber das sieht überhaupt nicht so nach Radioaktivität aus. Nix? Was guckst du dir da oben überhaupt an? So, ne Kiste. Ich hab dir einfach eins hin geklärt. Das sah nur so lustig aus wie du da gestanden hast. So. Da hinten. Schnell raus, bevor es wieder Nacht geht. Warte mal 10 Uhr morgens. Jaja, die Nacht kommt schnell. Schnell noch auch wieder nicht. Du guckst dich einmal um und schon schwupps. Nacht. Du guckst dich wieder draußen auf dem Feld. Ja guck, wir haben doch hier schöne Steine direkt im Haus. Die nehmen wir doch erstmal weg hier. Ja. Oh, ich hab einen Lenker für ein Minibike gefunden. Ja, aber. So ist es, ne? Es gibt jetzt aber auch richtig gecheeps und sowas, ne? Ah, nee. Zu viel zum Bisschen will ich nicht weiter. Gott. Oh, oh. Ich bin schon wieder hier. Krass. Genau da oben, wo mein Body liegt, da ist irgendwie Radioaktivität. Aber warum? So bin ich dir jetzt schon wieder hungrig, ich bin doch eben erst gestorben. Ja, ich brauche meine Klamotten. Noch. So hier irgendwo liegen, da. Klaue mir nicht meine Steine hier. Also meine Freunde, ich weiß nicht, was das da sein soll, aber da hinten ist ganz bitterböse Radioaktivität. Dann markier es mal auf der Karte. Äh. Oh, schon wieder kaputt das Ding. 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 Ich hab mal die Position der Werkbank reingeschmissen Ja Tank, auf Engel Radiologie Ihr müsst übrigens die Wegpunkte, die jemand anders euch schickt Dann müsst ihr noch speichern, wenn ihr die behalten wollt Auf M drücken und unten links, wenn die da auswählen und auf Speichern drücken Jetzt hab ich aber immer noch nichts zu essen gefunden Das gibt's gar nicht Alles was ihr hier habt 6.45 Uhr wird jetzt zurückgespeichert Die Festplatte arbeitet ein bisschen viel So, ähm... Weißt du, die scheiße Kissen Hey Mann, da küsst du da beim Schlafsacken da oben Truhe Ich glaub ich muss mal das Spiel beenden Geht fast gar nichts mehr Schein wollten wir haben, ne? Aber was hast du eben gesagt? Was wollten wir haben? Schein, oder was? Naja, ich wollte Schein haben wegen Lagerfeuer Aber wir haben schon ein Lagerfeuer Achso Was wir jetzt brauchen, ist Essen Essen, Essen, Essen Trinken, Trinken Essen Treff ich den mal Essen Essen Zehn Pfeil in den versenkt, der lebt immer noch 800 XP Ich hab den 7 rausgeholt aus dem Typ So Wasser, haben wir eigentlich irgendwo Wasser? Nichts gesehen Ich hab irgendwo einen Pool gesehen Bin mal kurz ein paar Minuten weg Werkbanksymbol Aber ich hab noch ein bisschen komisch Von dem Haus Nein Pfeil Nein, Piru. Es ist nicht nur... okay ich habe ein radioaktives gebiet gefunden bei dir da oben auch schon keine ahnung er hat mir eben aber so was angezeigt ich bin eigentlich andererseits woanders wie du also ja hab ich gesehen deswegen kann ja eigentlich nicht sein dass wir jetzt schon an dass wir schon am rand der karte sind auch der jahr der weise also früher hat er einen nicht am rand der karte gespawnt wird jetzt irgendwie wenig sinn machen aus dem saar der rand der karte vorher auch anders aus gab es auch zusätzlich noch so eine rote wand auf der karte noch auf gleich sechs moment experimenten stehen habe ist das dann trotzdem aktuell hat ein wolf getötet jetzt hier ganz schnell auseinandernehmen hier gibt es etwas weniger ja viel zu wenig ich will das tier auseinandernehmen hau ab zombie wieso geht denn meine stamina nicht es steht wieder fleisch auf der speise karte ach warte wir brauchen aber einen topf ich habe einen ja sehr gut weil ansonsten topf und wasser wasser brauchen wir auch weil ansonsten kostet das nämlich irgendwie glaube ich fünf stücke fleisch damit da eingekohlt ist chris oder so sehr teuer aber das spiel beim starten durch den ersten schatz 2 ist irgendwie nervt aber der effekt gab es ja schon vorher ja vor allem weil die gegner wenn du irgendwo bei gegnern spawnst die sofort nicht angreifen können ne ich glaube ich habe immer noch kein wasser moment ich hatte das pool auf der karte noch gut drauf mutter ein bisschen im eisigen gebiet er ohne wasser bräuchten hier ausbekommen konnte man schnee nicht schmelzen ich habe mal den pool markiert auch den speicher pass aufgeteilt ja mit allen zeiten von der basis 418 meter und gleich wieder da ich habe den topf mal in mein lagerfeuer reingestellt alles klar das ist links neben dem kamin ja ist und das ist auch investiert werden damit die Eigentlich nicht. Aber ihr seid tatsächlich alle weg. Das sollte doch eigentlich gefixt sein in einem der letzten Patch Notes. Ich sag ja, die kriegen es auch echt nicht gebacken. Ich hab hier so einen... So einen gelben Tropf. Sieht mir angezeigt. Ja, das bedeutet, dass du Wasser brauchst. Ach so, ich dachte, das wäre der weiße Tropfen. Das rote ist, dass du schon wach hast oder so. Es gibt hier echt wenig Tiere. Dafür umso mehr Zombies. Ja, aber die kann man nicht essen. Hast du es denn schon probiert? Ja. Ich finde es auch doof, dass man zum Beispiel keine rohen Eier essen kann. Wieso nicht? Jetzt mal ehrlich, es macht doch keinen Sinn, dass man keine rohen Eier essen kann. Das stimmt. Ich kann übelst einfach hungern jetzt hier. Und ich bin randomisiert hin und wieder für so zwei Sekunden überladen und dann ist es wieder weg. Ich kann doch ziemlich gut leben, wenn man verhungert ist. Das letzte Mal, dass ich in Seven Days zu drei verhungert bin, ist schon ewig her. Aber ich meine, das hat damals länger gedauert. Ja, das kam mir auf den Start an. Irgendwie hat man so einen beschissenen Startpunkt, wo man nichts gefunden hat. Ja, aber das meine ich nicht. Ich meinte, wie schnell die Lebensenergie runter geht, während man verhungert ist. Das meinte ich. Ich brauche das Fleisch, dafür brauchst du... Ah, okay, dafür musst du das Wasser kochen. Ich geh gerade noch fünf Sekunden weiter, obwohl ich dich nicht mehr drücke. Oh, hier ist noch ein solcher Leer-Pool. Ich brauche den alten Pool weg. Ich brauche den alten Pool weg. Ich könnte mal noch irgendwie aus... Nee. Okay, vergesst es. Danke, mach's gut, hat nex. Ah ja, okay. Also, ein Schneeball und ein Glasklug sind einmal trinkbares Wasser. Trinkbar tatsächlich sogar? Trinkbar, ja. Also, im besten hier ist, ähm... Dingens und... Was?! Achso, ich bin auch so. Ey, die sind doch bescheuert, das kostet fünf Wildbret. Fünf Wildbret, um eingekochtes Fleisch zu machen. Das ist ja wohl der absolute Hammer. Also, das haben die echt sowas von krass übertrieben, das macht doch... Das Wasser in dem Pool ist total kaputt. Was ist total kaputt? Das Wasser im Pool. Achso, ja, ja. Weil die da ein Safe mit reingespitzen haben, ist das Wasser irgendwie wohl kaputt gegangen. Wir brauchen auf jeden Fall... Also, das ist der absolute Hammer. Mit einem Fleisch kannst du nichts anfangen. Der Wolf hat nur ein Fleisch gewirrt. Ey, ich hab von dem, äh, fünftigen Stück gekriegt oder so. Sechzehn, sechzehn. Sechze Stücke Fleisch. Und daraus habe ich jetzt drei gekochte Fleisch gekriegt. Der ist doch wohl witzlos. Kommt drauf an. Wie viel, äh, hat jetzt eins bei dir wieder aufgefüllt? Ähm, 25? Okay, das ist ein bisschen wenig. Ja, das ist ja. 20 oder 40 oder sowas, irgendwie so auf jeden Fall, viel zu wenig. Also, dafür, dass ich jetzt so lange rumlaufen musste, bis ich mal einen Wolf gefunden habe. Und du brauchst ja, und du verbrauchst ja auch noch Wasserglas. Das ist das Schlimmste dabei. Ah! Ruhigbar. Seid ihr auch abgehungern? Habt ihr auch Hunger? Bis jetzt geht's noch, ich hab noch eine Dose. Ja. Okay, du hast noch was, Gott. Dann nehme ich mal auf jeden Fall noch ein Fleisch und esse das noch. Ich hab mal eine Dose noch gefunden. Wenn du noch Hunger hast, wenn du Hunger hast, da ist auf jeden Fall noch ein Fleisch drinne. Ja. 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 Willst du ein Knochenmesser haben? Nee. Nein. Nein. Ich hab schon eins. Ich hab zweimal gekochtes Fleisch gegessen. Wieso kann ich denn hungrig sein? Nimm dir einmal das Fleisch noch aus. Ja, aber wie viel hast du denn? Wie viel Hunger hast du denn? Weiß ich nicht. Ja, guck nach. Ich bin noch bei 67. Bei 48. Na, wo hab ich's denn stehen? Wenn du Charakter gehst. Nahrung, 68. Ja, guck, dann ess ich mir das noch. Weil das haben die wirklich nicht so schön gemacht mit der Nahrung. Das ist echt. Was ich halt das Problem so daran finde, ist, die haben immer schon das Problem gehabt, dass es zum Ende hin zu leicht ist. Zum Ende hin ist halt echt super einfach das Spiel. Und das haben die bis heute nicht gebacken gekriegt. Die haben, und anstelle dass sie sich irgendwie darum gekümmert haben, dass es zum Ende hin noch irgendwie was schwieriger wird, haben sie es wie den Anfang noch schwieriger gemacht. Das ist doch, das... die haben wir ja auch gekümmert haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt für dich natürlich eine Dose zu essen Hau ab Was? Oh Gott Oh Gott Ich brauche einen Skill um einen Maiskolben zu kochen Ach du meine Güte Das kann man nicht jeder Ich bitte das Glas Wasser sind weg Alter Schwede sind da viele Zombies drin in dieser Kirche Ja 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 schon wieder Ciao guck mal hier Jetzt sind schon wieder die Zombies drinnen gespawnt Alter das gibt es doch nicht Also das Das Nerve wie die Hulle ich habe gerade hier einen ganz ganzen Haufen Zombies kaputt gemacht dann kommst du wieder zum haus hin oder spawnen vor deinen augen neue zombies also nee das ist das ist das macht irgendwie das macht irgendwie dann locker keinen spaß mehr wie willst du denn irgendwelche häuser befreien ständig die zombies da aber ich muss echt sagen also das ich bin echt unzufrieden mit dem was sie daraus gemacht haben und dann vor allem wieder solche fetten ja 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 Das war's für heute. Wie viele von euch muss ich denn noch töten? Geht wenigstens durch die Dornen durch. In unserem Haus oder bist du in der Kirche? Ich bin in der Kirche. Ich hab hier, also keine Ahnung, ich hab jetzt gerade bestimmt schon 10 Zombies getötet. Und dann sterben die noch nicht mal von den Dornen. Ich glaube ich spinne. Also die sterben nicht mal mehr von den Dornen. Ey, das gibt's doch nicht. Dann triffst du die Zombies und das Spiel sagt, nö, hast du nicht. Dann triffst du den Zombies nochmal und sagt das Spiel, nö, hast du nicht. Und weil du, und weil du so ein Arschloch bist, dann musst du jetzt auch noch sterben. Also nein. Also ich bin... Ich find's gerade echt schwer ruhig zu bleiben. Wir haben das Spiel total kaputt entwickelt. Hm. Ich find's ja jetzt auch häufiger. Ich mein, dass sich die Leute halt beschweren, dass das Spiel anders ist. Das ist ja normal. Ja, nein, ich find das ja nicht das Problem, dass das Spiel anders ist. Wobei das natürlich irgendwie schon ein Problem ist, wenn die einfach so von einem Patch auf den anderen das Spiel so krass verändern. Ja. Aber ich finde einfach so, weißt du, so... Ich hab in dem Spiel über 700 Stunden... Ich weiß also, wie Seven Days to Die ist. Ich weiß, wie man das spielt. Ich hab das 700 Stunden gespielt. Das heißt, das Spiel hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber irgendwie ist ein Großteil des Spaßes flöten gegangen. Mit dem Patch, den die hier gemacht haben. Halt... Es kann halt schwer sein, aber es muss halt irgendwie auch gewinnbar bleiben, ne? Ja, jetzt vor allen Dingen gerade die... Ich hab gerade die Zombies oben durch die Dornen durch... Ja. ...durchlaufen lassen. Also diese... Diese Holzspikes. In den vorherigen Versionen haben die sich relativ zügig da die Beine ausgerissen und sind dann da drin verreckt. Gar nichts! Das hat die überhaupt nicht interessiert. Die sind da einfach durchgelaufen so, dann... Und dann zu mir hin und hab mich kaputtgekloppt. Ja. Also... Kannst du eigentlich mit meiner Freundschafts-Anfrage annehmen? Achso, ähm... Ja, klar. Oh, wie er da! Eigentlich wieder ein paar mehr Balken oben links. Balken, ne? Ich mein, ich finde ja nicht, dass das ganze Spiel irgendwie jetzt total schlecht ist oder sowas. Ich finde da ja so ein paar Sachen, die sind ja wirklich richtig gut... Haben sie ja wirklich gut gemacht. Ja, zum Beispiel, äh... Finde ich es... Finde ich es super, dass die Zombies irgendwie so aus den Wänden jetzt rauskommen teilweise. Gut. Und stellt sich natürlich die Frage, wieso sind die überhaupt in den Wänden drin? Weißt du, also... Nach Logik darfst du da nicht, darfst du da nicht gucken, aber... Aber das sind halt so Sachen, die finde ich ganz cool, ähm... Vorhin hab ich gesehen, da war dann, äh, so ein, so ein halber kaputter Block. Und in dem Block, äh, war ne, äh, Dings drinne. Äh, sag mal, stell dir, ne Tasche. Nein. Ohohoh. Da war ne Tasche drinne. Ja, wo du die erst rausholen musst, ne? Genau, ja, sowas. Ach so, das fand ich auch. Das sind so Sachen, das find ich super. Also, ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie... Irgendwie offensichtlich mit Mutwilligkeit das Spiel kaputt machen wollten. Aber die haben... Das ist halt das Problem nicht. Die haben... Die haben ein Jahr lang. Ja, die haben auch über... Ja, die schwatten die auch auf nichts hören, weil sie über ein Jahr lang schon wieder... Sag mal. Die haben über ein Jahr lang, haben die mit der Community nicht kommuniziert, sondern nur den Patch... An den Patch programmiert. Und das funktioniert nicht. Das kannst du ja nicht machen. Da musst du ja zwischendurch auch mal kleinere Patches machen, damit die Leute auch wissen, was da passiert, damit die Feedback geben können. Ja. So, und dann haben sie es veröffentlicht und dann gab es Feedback und das war halt eben negativ. Und anstelle, dass sie sich dem stellen... Ja, ist jetzt stable. Na, tschüss. Was? Also, so wirkt es auf mich. Find ich wirklich, wirklich schade. Ich hab übrigens einen Kompottbogen gefunden. Sehr schön. Oh. Die Dose, die ich hier vorhin fand ich so einfach... Was soll ich hier? Oh! Ja, Alter. Ich greife mich grad hier sofort so ein Geier an. Der Geier, oder weiß er nicht? Oh, da guck mal hier! Da ist doch der nächste Zombie! Pass mal! Der Geier erwartet der jetzt schon, bis du dann... ...m Plattgemacht hast, oder was? Oh, das ist auch unschön! Drei Patronen, 44 Magnum! Burn up! Schon wie... Hehehehe! Ich weiß noch, als die... Äh... In der vorherigen Version, wenn du die Zombies... Da schon wieder... Wieso treffe ich den nicht? Ich hab dem... Mit dem Teil voll auf Kopf gehauen. Aber vorher, in der vorherigen Version, wenn die geschlafen haben und du hast denen in den Headshot verpasst, dann waren die meistens sofort tot. Ähm... Hierbei bringt das... Für die... Bringt das nicht so viel. Für die Forge braucht man nicht nur Intellect 4, sondern auch noch Level 10! Das ist grausam! Ja... Richtig hart geworden, ne? Da ist schon wieder ein Zombie hier drinne! Unfassbar! Muss echt ne richtig krasse Kirche gewesen sein! Ich komme... Was? 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 Ich habe jetzt so viele Punkte in Intellect 4. Ja, wo bist denn? Hier oben, auf nem... auf nem Vordag von ner... Was ich auf jeden Fall lustig finde... Ja... Und jetzt blute ich wieder, ich kann mich natürlich wieder nicht verbinden! Wett, ich sterbe jetzt hier oben wieder! Du hast doch noch 50 Kills. Ja, 50 Hälfte ist was? Ich hab nur bei 28. Ja, das sieht doch mehr als ein Viertel aus. Ich sollte doch mal vorher im Verband machen sollen. Naja. Haut hier irgendeiner eine Tür oder sowas ein? Ich mach mir grad einen Weg frei. War schon ganz viel ich angebaut. Was? Ach Gott. Und zwar, ich hab die ganze Zeit auf den Boden geführt und nicht auf das Teil. War sowas so kein Schmerz. Doch schade, dass die Qualität halt nicht da ist, ne? Also die, ähm, die Waffen. Also ne Qualitätsstufe gehabt. Da haben die immer noch. Die gibt's ja. Und die nächsten Zombie, ich glaub ich spinne. Aber das war ja so, wenn du's grad passiert, jetzt hast du so Stabilität immer weiter runter. Naja. Jetzt gibt's nur noch so Grundqualität. Nein. Also, ey, das ist ja echter Hammer. Ich weiß gar nicht, wie viele Zombies ich hier jetzt schon getötet hab von diesem Gebäude. Und es werden immer, immer, ja. Irgendwie. Wir fahren schon recht viel hoch. Wir sind so viel schneller als hier. Ich höre eigentlich ungefähr unbeschraubt mit uns. Hört sich an wie du. Oh, was? Alter, ich krieg die Krise. Die sind doch bescheuert. Ja. Ein Militärzombie? Oh Gott. Alter. Da fällt ein Zombie von oben runter, dreht sich um, gib mir einen Latschen. Feierabend. Sofort platt. Gott. Und jetzt stell dir das mal vor, das würden wir auf der originalen Schwierigkeitsstufe stellen, die Lucky eingestellt hat. Auf der fünfte, maximal. Haha. Ich mein, das ist das, also... Wir haben das ja im Modus gehabt. Wir haben das ja als wir das getestet haben. Ich hab... Keine Ahnung. Ich bin zu dir gekommen und dann war ich eigentlich auch schon tot. Ja, das ist schon wirklich übel. Und ich meine, als ich vorhin gesagt habe, dass ich, äh, nur von den Tests vorhin so oft gestorben bin, wie vorher in den 700 Stunden zusammen, das war nicht, äh, das war nicht übertrieben. Aber wirklich so. Also ich glaube, das lässt sich safe sagen, dass hier mindestens 20... Da oben ist ja schon wieder ein Zombie, oder was? Boah, ist das anstrengend, die rum zu bringen. Oh. Oh. Uh oh! ach hier gibt es jetzt so komische zettel wenn du die liest dann kriegst du für eine halbe stunde verstärkung perk verstärkung gefühlte 3000 schuss abgegeben auf den kerl auf den fetten und den habe ich vorher schon richtig ein paar headshots verpasst mit dem bohden ok wie gesagt gefühlte 3000 schuss abgegeben und dennoch mal mit meinem kampfmesser habe ich noch mal ein paar gezwirbelt hat ihn alle nicht interessiert richtig da könnte ja jeder kommen hat er sich gesagt ja kein einziger feil ein paar schlachtzombie aber dafür habe ich eine pistole bekommen ich mache die ganzen zombies kaputt und sterbe und ihr kriegt die guten sachen als ich kann nicht mehr repariert hier echt voll überladen wir einen topf irgendwo das lagerfeuer ist neben dem kamin topf rein tun die eier lea 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 wieso ist denn hier alles leer brauchst du leider wasser für das Was ist das, was wir tun? Und immer wieder die Extraproduktion. Wenn wir in Realität einmal wissen. Ja, sobald ihr den Bauplan benutzt, ist er kaputt. Immer noch einen Stein hier oben. Ja, sobald ihr den Bauplan benutzt. Oh, es lohnt sich, die Bilder von Leuten zu zerschlagen. Oh, wieso was dahinter? Dahinter ist häufig, weil ich jetzt mal eben ein Geheimversteck. Mit einem Zettel drin, was mir einen Punkt für Perception gab. Weiß ich nicht, ob Temporado Filme. Oh, hier ist auch was dahinter. Oh, ein Jagdgebühr. Es war's. Oh, hainnen. Oh. Oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wer ballert denn da? Ich! Alle Zombies zu dir zu locken oder what? Was ist das? 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 Was bleibt dann recht daran, was ich... actually müssen das mal mit dem Spiel nie wieder liebieren Da ich hab einen Periode Ich bin irgendicy 食べ checking踏. Ich habe einen An Orange Builder Müll, was macht einen Ofen Beoot Wie lange ich da jetzt noch für einen Baum brauche? Drei Schläge mit einer Eisenschaust und man ist erledigt. Drei Schläge mit einer Eisenschaust. 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 Oh Okay, ich weiß nicht trinken, oh, ich weiß nicht trinken. Bottled Moxley Water. Aber das ist doch lecker. Kannst du deine Damenwege mit auf Vordermann bringen? Das ist für mich. Nahrung 53 Ich habe ein Jagdgewehr gefunden In unserem eigenen Haus Auf dem Kühlschrank in der Tasche Leider nur 2 Schuss drin Oder waren es 7 Schuss Auf jeden Fall habe ich 7 Schuss davon Gott sei dank man Gibt es eine Pampke Ich habe 23 Schuss In der Pistole? Ich habe ein Jagdgewehr Ich habe 1 in der Kirche gefunden Ich habe noch 6 Schuss In meiner Knarre Ich habe 13 Pistolen 9mm von Munition Tausche Mein 19mm Position Munition habe ich in die Kiste Nehmen das Tage vollgepackt Kann haben wer will 1mm? Ja Gerne Ja Sie ist in der Kiste Also ähm Wer ist der? Beim Lagerfeuer Nehmen wir den Schreibtisch In der Küste Ich muss die Freigeschrift sein Ja Perfekt Auch nur wenn ich mich gerade mal wieder in den Parken geraten Es ist echt total super wie du einfach irgendwie ganz woanders hin schläfst Also auf die Waschmaschine klopfst du auf jeden Fall nicht ein So 2044 Ich werde dann ganz schnell die Hunde raushassen Und dann Who let the dogs out? Hu 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 Okay Bier zu trinken kriegt es Kommt man zwar Ausdauer wieder aber die Grafik wird extrem schnell Jajaja Ich weiß das hab ich gestern schon gemerkt Das sieht echt so bescheuert aus wie du da rumhampelst Ja komm Rad So ich klopp auf diesem Waschbecken doch Ja geh mal weg da geh mal weg da ich zeig dir das mal Ey guck mich mal an dann seh ich das ja Also du klopst auf jeden Fall auch alles aber nicht auf das Ding Ja Gerade beide die Tür vertreten Das Essen hab ich nicht Aber hier unten gibt's noch Essen Ja Ich hab' jetzt noch gar nichts da hast du schon Ja Aber ich kann ja auch nicht mehr Ach bei 9800 Also Holzspitze also aus Stein kriegst du keine Spitzhacke okay Ja Aber ich dachte bei Holz kriegst du wenigst zwischendurch auch schon mal ein bisschen was aber hier kriegst du gar nichts ne Ah hier da 300er Hier kriegst du auch immer was wenn du ein bisschen drauf rumklopst Auf das Rohr Ja 21 Uhr Ja 22 Uhr ist Nacht Dann dann Was sagst du gute Nacht 22 Uhr ist Nacht Hab ich gesagt Ja 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 Die Tür ist hier weg Kommerat wenn du nicht in der Tür stehen bleiben würdest könnte ich an dir vorbeigehen Dankeschön Ja 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 Oh. Musst du durchgehen, kann ich anhalten. Jetzt bin ich entgang gehalten. Das ist grausam. Sollte ich noch mal ein paar Zombies aufmerksam machen, indem ich hier wild rumballer? Ich hab grad Munition gefunden, den musst du ja unbedingt verballern, ne? Ja. Was machst du denn da hinten? Was macht ihr denn da hinten? Was meinst du denn? Hier, kloppen. Auf Eisen rum. Wir arbeiten für unser Geld. Oh, kann man die Taschen da aufheben? Schade. Hattest du schon Forged Iron? Wo hattest du das her? Ja, Komrad. Hast du das gefunden? Forged Iron? Ja, die Tür hier, ne? Ja, hab ich bestimmt gefunden. Geld. Oh, und eine Strahler steht hier auch schon für die Bestagse. Sehr, sehr schön. 21,36. Wie weit ist man aus dem Ketter raus? Was am Feuer steht, wird einem gar nicht mehr warm. Aber dann brennt man irgendwann. Ah, ja. This is fine. New Journal Entry. On fire. He's on fire. Also, ich hab doch das Merkwürdigste rausgefunden. Wenn du im Klagerfeuer stehst, dann fängst du irgendwann an zu rennen. Ehrlich? Lass mir direkt einen Journaleintrag machen. Hehehehe. Feuer. Heiß. Und Aua. Dinge, die meine Mutter mir nicht verraten hat. Hehehehe. Ich mach mal das Lagerfeuer aus, ne? Lagerfeuer zieht Zombies an. Lagerfeuer zieht Zombies an. Oh oh. Es geht los. Ja, ich hab doch grad gesagt. Vier Minuten. Du musst die Treppen nicht heile machen. Keine Treppe. Das ist keine Treppe. Oder Wand. Wand hab ich hier. Es hilft dir nicht. Die Zombies können springen. Ja, aber noch nicht unendlich hoch. Ja, aber mindestens genauso hoch wie wir. Ja, das macht der nicht. Da setzt man ein paar von den komischen Blöcken rein, damit man da hochkommt. Allerdings, du sagst es ja, dass die... Oh, ihr sagt es ja, dass die sich graben, ne? Die schlagen nach unten mittlerweile auf, ne? Im Ring auf dem Dachboden ist noch ein Zombie. Was? Das kann doch nicht sein. Da waren wir doch oben schon. Und die bin tot. Wir haben hier... Wir haben hier ein Dachboden? Tja. Dort ist immer noch ein von mir und der frisst mich jetzt. Ja. Wollen wir ihn dabei nicht aufhalten? Lange er dich frisst, kann er uns nicht fressen. Wir sind hier in den Dachboden. Wir sind hier in den Dachboden. Ich weiß gar nicht, wie der da hoch gekommen sein wird. Da oben. Oder? Ja, über die Leiter. Ich hab keine Leiter gesehen. Hinten im Raum? Ich locke es nicht hierher. Ich locke es nicht hierher. Einer läuft am besten. Wo ist denn die Leiter? Wo seid ihr denn hochgegangen? Ich verstehe das nicht. Wo bist du denn hochgegangen? Ja, rechts. Meine Tasche ist auch nicht oben. Meine Tasche ist wieder unten. Da ist ne Leiter. Ist ja praktisch. Ich weiß gar nicht was du hast. Einen Schlag und die war tot. Ja, ich hab ja schon viel mal draufgefallen. Ja, 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 ja. Nix kannst du. Muss ich erst hochkommen und den Typen wegmachen. Das war ne Dussi. Naja, heutzutage weiß man das nicht mehr so genau. Kann ich hier wieder runter? Ich seh nichts. Und warum bin ich jetzt infiziert, wenn ich gestorben bin? Ja, das ist total verbuggt. Ich hab das auch gehabt, dass ich gestorben bin und dann... Oh! Oh! Was, oh, oh. Ahem. Zwei Pistolen. Aber eine reicht aber, ne? Nein, wir schießen alle ab. Oder wolltest du jetzt, oder wolltest du jetzt, äh... das Beid-Handy loslegen? Wieso ist das so dunkel, dass man gar nichts mehr sieht? Weil wir im Haus sind und draußen ist dunkel? Wo wir gerade davon reden. Aber warte mal, ne Fackel kann ich nicht bauen, weil... Warte mal, dafür braucht man Fett. Tücher hab ich. Na, eins hab ich noch schlecht. Meine Fackel ist unten, die Treppe ist ja weg. Oh, ich hab ja... Ja, ich hab... Machen. Oh. Okay, will einer noch eine Pistole haben? Ähm... Ich hab das Gewehr, das reicht glaube ich jetzt. Oh, hier oben ist ein Tresor. Haha. Wie Kumrat gesagt hat. Da draußen kloppt einer, wer kloppt da draußen? Okay. Ich zer temb auf die Decke oażrén. Warum? 을 weg? Ah meine St�나 reicht immer nur noch für zwei Schläge. wo seid ihr denn dass ihr da oben drauf oben auf dem dach und dahinter ist noch ein gitarre ich habe mich ja nicht nur 1000 hit points gitter ich kann das nicht so hoch ich sehe auch nix die gespieler den stamina dann wieder wenn du was hast was passiert wenn ich bei der waffe auf zerlegen drücke dann hat es aber okay aber das ist das denn nicht so du kannst sowieso nicht davor brauchst du die fähigkeit hier oben ist ja offen ok jetzt ja nicht mehr verlegen ist nicht gut das ist komplett zerlegt eine jahr selber schuld na ja also früher war das so dass du die dann auseinander nimmt er kann zu einzelne teile austauschen aber nicht dass ich kaputt geht dabei genau das hatte ich eigentlich vor aber jetzt hat er so komplett zerlegt ja ja was kannst du eigentlich erst macht die anderen leute heiß will ich mal von euch von euch die waffe haben und dann machst du sie einfach kaputt ja ich habe ja noch eine braucht einer von euch schien 40er magnum patronen der 9 mm habe ich auch zwei pistolen brauche ich wir haben hier wir haben hier oh herze dass sie da stehen herze finger weg von meiner kette mach mal damit zannenzapf man kann waffen man kann waffen modifizieren vermutlich schalldämpfer und sowas ja aber auch auch die auch die die normalen keulen und so dafür braucht man modifizieren ich weiß nicht was das was die jetzt genau sein sollen ach so ich könnte mal gucken was es ich 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 Man kommt nicht mit einem Messer zu noch Gunfight. Okay, durch Warten bin ich jetzt nicht mehr hungrig, jetzt bin ich doch wieder hungrig. Ja, vor allem finde ich, dass ich hab zwischendurch, kriege ich die Anzeige, dass ich hungrig bin. Wenn ich dann gucke, dann steht da irgendwie sowas, ich hab noch über 60% Nahrung, sondern verstehe ich das halt nicht. Wird ich denn dann schon hungrig? Ja. Wer klopft eigentlich hier wo rum? Na? Hallo? Ich stehe nur rum. Weil irgendeiner klopft doch hier rum. Hm. Wer klopft denn hier rum, hallo? Sagt doch keiner was, ne? Ich sag' ich nicht. Komrad, bist du am rumkloppen? Ist er überhaupt noch auf dem Server? Ja, ist er. Du hast ja immer noch deine alte fette Kuh da, als Charakter. Die ist jetzt neu. Ja, aber du hast immer noch einen dicken Arsch und einen dicken Bauch. Und einen möglichst kleinen Kopf und Hände. Das sieht man ja Gott sei Dank mit dem Helm nicht. Komrad! 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 Ich bin jetzt nicht so aus. Ich bin jetzt tatsächlich weggegangen. Ja, Liga Püppi. Was machen Sie denn hier? Ich stehe rum. Ha, sexy! Komrad ist am arbeiten. Da ist mir alles egal. Ich arbeite jetzt hier. Da ist jemand mit der Stahlachse immer dran. Hast du eine Stahlachse? Ne, der hat doch hier, ähm, Optimus hat doch eine oder nicht? Ich hab nur eine Eisenachse. Ja, dann klopp mal hier mal den Ding auf, bitte. Das ist eine Axt. Ja, und? Ja, ich hab auch nur eine Axt. Aber meines ist doch Stein. Ja, mit einer Axt nur Holzen. Außer mit der Steinaxt. Ja, na klar. Die einfachste Axt, die hat nix kann. Damit darfst du auf allem rumklopfen. Ja, aber mit einer Eisenachse hieß dann wirklich nur für Holz. Die kann man nicht auf die Grundsorze socken rocken. Hacken. Kannst du ja mal kurz aufhören, wieviel ich schade ich mit einem Schlag da mache? Äh... Und ich kann sie nicht reparieren. Weil dir die Fähigkeit nicht fehlt. Hier ist Material. Okay. Wenn das Material ist, sagt er dir, dir fehlt die Fähigkeit. Wahrscheinlich. Nein. Das kennt man doch. Ich hab Hunger. Ich auch. Ich hab' ein Stück rohes Fleisch, damit wir nichts anfangen können. Ich hab' mir zumindest was einstellen können, dass man früh im Spiel mehr Essen und Trübung findet. Eigentlich sogar viel schlimmer finde ich ja eigentlich sogar, äh... Und irgendwie, ich glaub' wenn du stirbst, verlierst du Stamina maximum, oder? Mhm. Das ist richtig, richtig übel. Ja. Ich weiß nicht, äh... Ich weiß nicht, äh... Ich weiß nicht, dass ich gerade auch von mir daran liegt, dass, äh... Ich vernünftig bin, oder ob sie angestorben sollen. Also wenn du, wenn du über, wenn du über, äh... gelegt bist, dann hast du auch noch mal ein bisschen... Verlierst du auch noch mal ein bisschen, äh, äh, Stamina, aber... Aber trotzdem, geht es noch mal, wenn du stirbst, verlierst du ein bisschen, äh... Energie, und das finde ich schon ein bisschen sehr, sehr schlecht. Aber ne, ich geh jetzt auch nicht hoch, ne, ich hab' das jetzt... Bin gar nicht mal, ich bin gar nicht mal schwer belastet und konnte trotzdem nicht hoch. 53 Prozent. Ja, bei mir geht's nicht über 39. Naja, weil du schon ein paar mal öfter gestorben bist wahrscheinlich. Ich bin erst einmal gestorben. Okay. Aber ich bin grad hungrig. Ja, und überbelastet wahrscheinlich, oder? Nö. Na gut, der zeigt sich nur wieder kurz vor drei Sekunden an, aber dann ist es wieder weg. Ja, siehst du ja, ob du überbelastet bist, brauchst du ja nur die Slotchen. Ja, ja, also eigentlich durfte ich's nicht sein. Ich glaub' das gerade nur bis 39 geht, es liegt daran, dass ich hungrig bin. Und lass' ich nochmal. Oh! 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 Oh, okay! Weißt du jetzt nicht mehr Kr visited? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kaffeebohnen, das ist doch schon mal schön. Gleich im Leermachen hier alles. Braucht noch irgendwer dringend was zu essen? Ja. Ja, wir alle, glaube ich. Ja, ich bin bei 59. Komm her. Wir müssen. Lass mal erstmal hier unten bleiben. Das muss man noch nicht hochkann. Hier sind ganz viele Zombies. Da ist das Dinger. Gott sei Dank. Alles hier. Ja, aber es passiert halt nichts. Aber es ist das Problem. Eine alte Messung konnte man nicht noch töten. Okay, ein Sprungerter unten geht man durch die Tür. Dann wird es auch, glaube ich, demnächst durchkommen. Oh, das ist ein großer Fetter. Oh, das ist ein Holzbüller. Äh. Äh. Bude. Unten an der Türkutter rein. Nein. Oh. Alter, was? Oh, da sind blutend. Aber jetzt gucken wir mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh mir doch auf den Weg, Mann! Oh! Echt keine coole Idee. Den Zombie dahin zu bringen, wo die anderen sind, ey. Okay, ich bin auf 60 Prozent runter. Ich kann halte es irgendwie. Ich kann nicht zu Hause essen, aber Optimus brauchte auch was zu essen, ne? Ich würde lieber noch eine Weile ohne was zu essen. Ist was. Hier ist was zu essen drin, habe ich einmal gefunden. Und... Da liegt ein Zombie auf dem Boden, der lebt wahrscheinlich, ne? Noch? Ich habe hier eine Farbe gefunden, jetzt können wir endlich unser Haus anmalen. Hi, juhu! Ja. Worauf haben wir doch schon lange gewartet. Schläft ihr jetzt auf dem Boden oder ist er tot? Welcher? Der auf dem Boden liegt? Ja. Welcher denn? Wo denn? Der lebt, der lebt. Das ist da. Ich will jetzt noch was geschehen. Wo denn? In diesem Raum ist noch einer. Wo denn? Da ist das. Ja, das ist doch nicht. Dann hat er mit uns. Ehe, das ist doch nicht. Ich will jetzt machen. Ah, ich habe hier so eine, ähm, wie heißt das, komische, ähm, Grand-Dingung. Was? Traum-Dingung. Ja. Und kannst Autos auseinandernehmen. Will ich das? Im späteren Verlauf auf jeden Fall, ja. Ich mich anschießen. Oh. Dabei habe ich doch nur nebenher geschossen. Ich bin da vorne, da war irgendwie kaltes Wasser, ich bin da vorne, hier habe ich gerade irgendwie nicht abgekühlt. Bei mir stand es gerade hier, da, you are cold and fine, eh, wie ist es kalt, wieso ist es kalt? Ja, wir sind im Schneegebiet. Ja, ja, aber ich habe doch Klamotten an. Unfall wäre es. Auf. Hm? Geh? Aussi. das war das fallen das eine tasche anzelten von die loot fallen ich habe stahl am munition stil am range der mensch 76 und die andere macht 46 46 wenn der stadt stahl die stahl munition ist schlechter oder was stahl munition ist schlechter doch mal auf den nächsten stock oder wollte er noch unten hat ihn dann nicht noch nicht in allen räumen es lebt ich weiß noch nicht wo hinter dem raum kommt die wieder herkommen ich weiß noch nicht warum hat die wieder herkommen ja 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 und was ist das graune farbe zum färben von ich habe keine ahnung was aber und das gibt es doch Guck das mal an! Ich hab'n Mega-Jet. Wir sagen, dass hier Zombies sind. Du stehst da so doof rum und machst gar nichts. Ja, ich denke, ihr kümmert euch drum. Ja, Emma. Wir haben uns drum gekümmert, aber wir können doch nicht die Zombies von dir weghalten. Oh, hier ist Waschmittel. Säure, Bottle of Acid. Hä? Hessisches Fragewort mit zwei Buchstaben. Na ja, mein erster Tod. Auch gut. First time? Weiß ja, wo du hin musst. Oh, fetter Zombie, fetter, fetter Eis-Zombie. Haut wieder ab, was? Geht da die Treppe nach oben? Was? Hä, ist der doof? Hä? Geht da einfach die Treppe da oben? Ist mir recht. Jetzt kommt er wieder. Ja. Aber wenn man stirbt, hat man wieder 100% Leben, ne? Ja. War das schon immer so? Nein. Warum verfuckt er eigentlich mich? Ja, komm zu mir, komm zu mir. Ach, wie viel will er noch haben? Okay. Oh, erstmal wieder anziehen, wa? Ach, hört er mich schon. Ist ja schön. Oh, was fehlt mir denn? Ich brauche Steine, um mal Pfeile zu bauen. Ich hab 60 Stück dabei. Ja, dann gib mir mal bitte 10 oder 20 oder so. Wie geht das? Ähm. Rechte Maustaste halten, kannst du halbieren. Ach so, okay. Dann kannst du einfach gerne machen. Merci. Ich mach jetzt noch ein paar Pfeile schnell. Okay. Ähm. Hier, Optimus. Wolltest du noch Essen haben? Ja, wäre praktisch. Ich hab noch Katzenfutter. Ich hab Pono-Futter. Boah! Auf, Alter. Äh, Brotfutter spiel ich nicht aus. Ja, ich wollte bloß loswerden. Ich hab hier übrigens zwei Saves gefunden, falls ja. Brauchen wir noch zerbrochenes Glas? Äh. Aber das kannst du essen, ne? Zerbrochenes Glas. Ja, das kannst du essen. Oh. Kaffeebohnen. Lass mal. Papier haben wir auch reichlich. Lass mal ein bisschen aufräumen hier. Okay. Lebt ihr noch was? Nehm. 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 Segen geschenken gegangen? Äh, in den einen, äh... Ach, klar. Da gehts raus, das wollen wir nicht, da wollen wir raus, wir müssen hier erstmal alles Ich hab auch einen Schraubenschuss gefunden, was hab ich da gefunden? Die Blue, Adding a Die Mod applies to Tip to Entire Held or Warn Eat him Gläser, das Gläser sind immer gut Ich hab hier Farbe gefunden, aber ich weiß nicht, was wir damit machen sollten Mein Tombi Das hast du schon genommen, okay Da ist ein Pfeil im Kopf Sind wir hier unten durch? Wir sind raus Ne, kann ich nicht Hier, hier wollte ich noch einmal kurz reingucken, ich glaub hier ist nicht drin, aber einmal reingucken Ja, reingucken ist immer gut Oh, ich hab einen Elektroschock gekriegt Oh doch, da ist eine Leiter drin Oh Da sind alle meine hoch Ich hab hier voll spannend aus Das gleiche hab ich mir auch reingucken, was das denn? Na ja, gut, aber hier kann man ja mit der ähm Alter, ich frie mir hier den Arsch ab, ne? Aber hier draußen ist natürlich Zombie Oh ja, bei mir sagt der inzwischen auch frühen Oh ja, bei mir sagt der inzwischen auch frühen Also ich glaub wir sollten lieber runter gehen, oder? Aber man kann hier auf der Leiter in jedes Stockwerke theoretisch irgendwie abspringen Praktisch vielleicht schwieriger Praktisch vielleicht schwieriger Ja, und realistisch finde ich ja, dass da ein äh Ah, schon wieder unter dem Zombie Automat mit Essen ist Gefüllt mit Essen Da muss man ihn verwenden können Oh, ich bin hier Gott schon kalt Runter Ähm Ja, Reit theoretisch kann man darüber springen, aber ich würd sagen, ich nehm die Treppe Ja Ja Mach den Uh Okay Oh, lass mich vorbei Ja, 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 ja Komm, hier in den Raum rein, in den großen Raum rein Jack Ja 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 Da sind noch mehr, glaube ich. Nein, wie kommst du da rauf? Aber bitte nicht, Koshaka, nicht in den Türen stehen bleiben. Da steckt ein Pfeil in Nox drin. Ja, ich weiß. Kannst du selber rausnehmen, wenn du es schaffst. Nee, krieg nichts an der Zeit. Sehen. Immerhin, ich finde relativ häufig Glas, also äh, also Glasflaschen. Ja, ich auch, leere. Oh, ich dachte, hier kommt man schon wieder raus. Schon wieder so ein Farbding, Dye Brown, ich stehe das nicht so für das Leinholz. Ich habe auch eins schon wieder weggeschmissen, weil es hier Platz eingenommen hat. Nee, ich meine jetzt nicht die Farbe, ne? Also diesen Farbtop, sondern hier. Ja, ja, ich weiß. Dye Brown, Dye Blue. Da sagt aber, adding a Dye Mod applies a tint to the entire health of one item. It takes a Mod slot so you get the normal damage from installing this. Okay, warte mal. Wer ist denn Warnummer, Mann? Modify. Ah, ha, ha, ha. Ich vermute, kann man irgendwas einfärben, aber ich weiß nicht was. Ja, hier, meine Waffe habe ich eingefärbt. Und die hat jetzt ein bisschen Schaden gekriegt. Bisschen mehr Schaden gekriegt. Oh, ich muss mal ein bisschen Dreck wegschmeißen. Komm mal hoch, dass man nicht. Wir schreiten und schombisieren, ne? Was? Ja, ja, wir schreiten, wenn wir schombisieren. Was? Ich habe nicht mitgekriegt, was du von mir willst, was? Achso, ja, ja. Ich kann schreiten, wenn ich ein Zombie höre. Was? Wo sind sie denn? Ihr sollt doch schreien. Hab ich doch gerade, ich habe doch gerade sofort gekriegt, Zombie. Hey. Oh, scheiße. Oh. Oh, oh. Achtung, Zombies. Soll ich noch lauter schreien? Zombies. Ist gut. Mach sie tot. Ich hab nicht voll die Frames. Ah. Jetzt sag nicht, du hast nicht wegen den Zombies erschrocken. Ich hab mal gesagt, da kommen welche. Ich hasse es, wenn die mit dem Kopf so wackeln. Hab ich das und ich hab savt. Na, komm ich glaube der fühlt dich nicht. Konrad ist gestorben. Ich bin verhungen. Ja du hättest dich lieber mit uns auf dem Weg machen sollen. Gibt's zumindest ne Menge Zombiefleisch. Wollen wir uns mal eben kurz ein bisschen abstimmen und unsere Sachen auszusammenschmeißen? Leute? Okay. Kommt gleich. Nimm unser Inventar. Oh oh. Hat wer von euch ne Party aufgenommen? Ja ja wir haben ne Party. Warte ich muss aber gerade hier. Ich krieg gleich den Umwald. Ich muss mich erstmal mit den Zombies hier kümmern. Oh ne fette Kuh. Eine Mama. Mama ich schieße dir in den Kopf. Wo willst du hin? Immer schön auf mich zukommen. Ach nein. Hier sind ja auch noch Räumung. Ja ich weiß auch nicht wo derzeit so ein Nox ist. Ich bin ein Stockwerk hochgegangen. Hinter dir Zombies. Ich bin ein Stockwerk hochgegangen vor dem Musilfeuerbahn. Wir haben schlechtes Wetter zuhause. Ich bin ein Stockwerk hochgegangen. Geht ihr nach unten oder was? Neu. Oh ey man. ja ich war ja auch gegen doch und direkt daneben habe ich ihn total übersehen aber direkt weiter hoch egal trotzdem sagt dass wir gleich mal hier eine von den schränken nehmen und dann mal diese sachen alle reinschmeißen weil die ein bisschen stecken können hier im küchenschrank am besten müllpresse nehmen wir die müllpresse passt doch am besten dafür welche müllpresse ja hier in der küche die einzige da ist erstmal alles reinpacken oder passt aber ja wenn du nicht alles rein okay dann presse durchsuchen so dach bescheid wenn ich mein kram da reinpacken kann naja jetzt ist sie voll ja ist egal geht ja darum die sachen stecken und dann aufzuteilen so ähm wrench kann man nicht im grunde ist es auch nur die stackbaren sachen rein zu werfen ja ja ich habe zum beispiel zwei bottlen auf acid braucht man das grandpas lernen elixier grandpas moonshine der therische faser recog wheel äh ich glaube das brauchen wir alle selbst oder einfach wegwerfen so papier kommt weg ähm pokale soll ich die scrappen direkt ja mach mal ähm ich geh mal kurz auf toilette okay ähm ja mehr geht nicht ähm hattest du noch hunger derzeit geht sie ich bin grad bei 80 okay ich hab nur noch hier noch zwei dosen und schönes leckeres trübes wasser ja ich habe noch frisches wasser ja das habe ich auch noch und gerade am skill punkte ausgeben jetzt schon kann sie hinsetzen Vielen Dank. Vielen Dank. Killpunkte. Oh, ja. 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 Sieht hier alles relativ friedlich aus. Ja. Glaube ich sofort, ob das hier friedlich ist. Ich habe nicht gedacht, dass es so ist. Ich habe gesagt, dass es so aussieht. Ja. Oh, schwarze Farbe. Mal gucken, ob ich die mit meiner Rückfeierachse einfahren kann. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gucke nicht. So. Oh, jetzt habe ich auch einen Eimer mit Farbe. Vielleicht kann ich dann... Damit brauchst du noch einen Pinsel und damit kannst du dann Wände anmalen. Okay, also weg. Uuuuuh. Ja. Dosen scrappig, ne? Oder? Nein! Scrap keine Dosen! Wie nein? Dosen sind wichtig. Und Kochtöpfe? Wenn ihr Kochtöpfe und Schmiede habt, kannst du diskretten. Also, Kochtöpfe haben wir auch. Und Schmiede, glaube ich auch. So. Nee, das Spiel habe ich garantiert noch nicht. Also, Kochtöpfe, wenn ihr welche habt, ist es okay, dann kannst du diskretten. Dosen kannst du aber nicht herstellen. Dosen brauchst du hinterher, um Öl herzustellen. Ah, okay. Profi wieder, ey. Ja, sorry. Ja, nein, ist ja richtig, ist ja gut. Ich behaupte mal, dass die Dosen aber auch jetzt nicht so selten sind, oder? Zumindest waren sie es bis jetzt nicht. Und ich habe auch jetzt schon so viele Dosen. Ich habe schon schon exakt nicht geholfen. Dosen sind eigentlich keine Mangelware. Ja, ich sage ja nur, sobald du mit Waffen arbeitest und die Repair-Kids brauchst, dann wird Öl richtig Mangelware. Meine Erfahrung. Sagt ja auch keiner, dass du Unrecht hast. Jede Menge Öl, jede Menge Öl. Öl, 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 Öl. Da habe ich doch schon ein paar Fesse an. Fesse, Speise. Das ist anderes Öl. Duschöl. Duschlampe. Ach, der haut die ganze Seite. Ach, der haut die ganze Seite. Möchte jemand eine Brille haben? Ich habe eine. Ich habe auch schon eine. Dann scrappe ich die. Oh, halt. Schraubenschlüsse zerleg ich auch mal, ja? Hier sind gute übrigens drin. Level 2 ist hier einer drin. Was? Hier, bei mir vor mir im Schrank. Ich habe 2 Level 2 dabei. Zombie. Ich bauen. Habt ihr schon irgendwo Garagen gesehen? Was haben wir gesehen? Garagen hier, diese Autoreparaturwerkstätten. Ja, da habe ich eine Werkbank gefunden. Nee, weil bei den Garagen stehen ab und zu mal Waageheber auf dem Boden. Die ergeben, wenn du die abbaust, ergeben die Stahl. Und dann kannst du deine Schraubenschlüssel wieder mit reparieren. Solange der Stahl wird schwierig sein. Das ist glaube ich erst ab Level 40 oder 50. Okay. Ja, das doofe ist halt, dass man jetzt fast nur noch durch Zombies töten aufsteigt. So ist das nicht. Und dann kann man, dass es das nicht nachher geht. Ich bin jetzt auf der Seite. Aber ich kann mir jetzt nicht nachher gehen. Da bin ich ein Zombie! Das ist ein Geier, ist viel schlimmer. Wo ist denn Luki heute Abend? Keine Ahnung. Erst macht er hier ein ganzes Bild von wegen hier und machen und spielen. Was hätte ich nicht geschlagen? Oh, Zombie! Wo? Hier, in der Flur. So, jetzt sind wir noch gar nicht. Hier unten baut die Flur! Wo weit sind wir doch noch gar nicht. Hier unten baut die Flur! Wo weit sind wir doch noch gar nicht. Mal wieder ablegen. Alter, viele Geier! Wollt ihr mich hier verarschen oder was? Ja, wir sind vorhin auch welche. Wo die halbe Karte drei Stück verfolgt. Was mache ich mit Nägeln? Schrappen. Nee, Nägel. Ja gut, die kann man nachher später glaube ich auch noch gießen. Aber daraus kannst du zum Beispiel auch verbesserte Waffen bauen und sowas. Okay, lass ich dir jetzt noch mal. Ich glaube für die Waffen geht das auch. Möchte irgendjemand ähm... Gib mir mal die Nägel, vielleicht kann ich... Nein, mach mal andersrum. Wir gehen erstmal weiter und dann müssen wir gleich nochmal Sachen zusammenschmeißen. Ja, das können wir auch machen, aber ich... Ich glaube Nägel brauchst du mittlerweile auch für die Forge. Und davon sind wir ja noch ne ganz so weiter entfernt. Also... Frieb mir hier echt den Arsch ab, ne? Ja, das... das Frieren ist nicht so das Ding. Ich bin sofort so fucking voll bin ich. Du weißt ja, war ich auf dich. Boah, ich hab vorgeschlagen wir könnten nicht mehr mit anderen Partnern treffen. Kannst du wohl nicht so toll. Wo sind die? Hier oben. Ich bin etwas überladen. Okay, sind wir jetzt hier unten durch oder was? Ich glaube. Oh, hier oben. Hier oben hab ich ne schöne Truhe gefunden. Ne Waffentruhe und äh... Noch so ne andere, ist noch ne Chipping Crate. Oh, was haben wir denn hier? Eisenstiefel. Trass. Sehr gut. Silbernackel. Verkaufen. Oh, ich hab ne Mütze gefunden. Vielleicht macht die wärmer als der Helm. Nee, der Helm ist wärmer als die Mütze. Faszinierenderweise. Waffenschrank ist gesperrt, den müsste man erst aufklopfen. Brauchen wir aber ne richtig fette Axt. Also ich hab Hunger, hat die mir noch was zu essen dabei gefunden? Ne, ne? Ja, klar. Ja, cool. Hier. Oh, das ist noch was. Für dich nur das Beste. In der Tat. Wieso kriegt man aus Dosenfutter Food Poisoning? Das macht doch irgendwie voll wenig Sinn. Oh je, da kriegt man Leder raus. Ja. Oh, das war ja geil. Кف合俺. Was Lights Wanted ist? ich habe für so noch drei minuten auch noch fünf stück davon wo noch ein band also ich bin völlig überladen ich weiß noch mal ein paar sachen hier rein also doch fetzen tierfeld was da irgendwie was hier metalldosen was richtig gutes gefunden einen kampfanzug da habe ich auch so kurz zuhose aber die ich naja ist nicht gerade für den winter geeignet so würde ich mal sagen jetzt habe ich gesagt ich will der video sich das spiel wieder neu starten habt ihr eure welche wir sind nur stück im winterbiom wasser und hier nicht ok ich mach mal wieder ein bisschen was zurück hier rein dass wir kommen erst mal durchsortieren hier so ein bisschen das sollte nicht sein irgendwie scheint wir spiel den arbeitsspeicher komplett voll zu machen und dann rum zu swappen äh grafikkarte ne obwohl ja aber spiel könnte außer bei mir braucht das spiel gerade 17 ne euro und 32 gigabyte braucht gerade 41 45 prozent witz ist bei mir ist jetzt noch so braucht jetzt noch halbigkeit offenbar den stopp wieder frei zu geben der arbeitsspeicher ist nämlich wieder frei aber stopp ist noch voll hat jeder von euch noch so ein kurzes eisenrohr habe ich alle glas honig hier habe ich die frage weswegen stecken ok dann können wir mal reingucken ich komme gleich wieder rein weil es sich bei mir fast wieder berüchtet dann gehe ich noch mal aufs klo und dann ach jetzt wird das stopp wieder besser so 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 we so so wie so 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 Ja, vielleicht hast du ja auch das Problem, dass der RAM voll gelaufen ist bei dir. Ja, RAM ist voll und ich hab aber noch Swap. Ja, aber... Das kostet halt super viel Leistung und Zeit, den RAM frei zu swappen. Ich schätz mal, ihr habt beide 16 GB oder so, ne? Acht! Acht, was? Jetzt musst du mal dazu sagen, der Rechner ist neu. Und dann trotzdem 8? Ja, ich löste den irgendwo noch aus. Ja, aber wieso willst du nicht direkt? Mal klar, im Moment sind die RAM-Preise etwas teuer, aber trotzdem. Also, meiner kann eh nur 8. Wie, deiner kann nur 8. Meiner kann nur 8. Du kann deiner nur 8. Mainboard macht nur 8 GB. Ich verstehe nicht, was du meinst. Du kannst doch größere Regeln einbauen. Hier ist Update. Du kannst doch aber größere Regeln einbauen. Ja, klar. Ja. Aber laut Anleitung kann das Mainboard plus 8 GB aufnehmen. Das glaube ich nicht. Doch, irgendwie so erstand er. Ja, ich schätz mal, er stand wahrscheinlich eher was wie 8 GB pro Slot. Ja, das mag sein, das mag sein. Ja, gut. Hey, ich hab ein paar Sachen raus und ein paar Sachen reingeschmissen. Du hast bestimmt ein DDR3-Board, oder? Ich? Ja. Ja, 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 ja. Ja, dann äh... Ähm... So, ich joine. I'm waiting for serverer. Dann kannst du auf jeden Fall bis zu 32 GB auf 4 Slots abmachen. Wenn du jetzt 2 hast, kannst du 16 machen. Also kann ich 16 machen. Du hast 2 Slots. Ja. Dann kannst du 2x8 einbauen, ja. . . . . also ich nehme mir jetzt noch ein bisschen stuff hier raus aus der kiste richtiges dach wird den auf jeden fall mit haben ein bisschen was kann ich in momentan auch noch ein prassen ja ich kann es auch wieder da sehr gut wenn ein paar sachen da rausschmeißen ich wollte nämlich jetzt zurück und dann reicht es mir auch für heute oder halb eins gleich ja ich wollte auch dann nur vorglaufen denn hier für grünes blinder aufgeschossen oh sehr schön ich bin nur leicht überlaufen wo geht es denn hier runter wie weit sind wir denn hochgegangen ja das habe ich auch gerade wir können gleich mal hier direkt wasser mitnehmen hat wer die leeren gläser ja ich weil ich auch schneebel dabei habe ja aber kann ich direkt schon mal die dinger durch voll machen ich muss erst mal das ding hier reparieren ja bei mir reagiert mal so zur falschen zeit ich komme da nicht rüber gesprungen ja da wird keiner nachgucken Uwe! Alles wohl! Ah, dann dürfte ich jetzt auch das freige Wasser mit dem anderen Wasser stacken, das ist praktisch. Es sind 500 Stück, glaub ich, ne? Kann man nicht raus! Ich kann nicht mehr springen! Äh, guck mal, ob du dich aus Versehen geduckt hast mit der Steuerung. Hä? Ein Bräuwolf ist angekommen. Dann nicht, weil ich einfach zu schwer bin. Ja, hier ist einer. Doch, das kann schon sein, wenn du zu schwer bist, hast du dann nicht mehr... Oh, hier hat einer ganz viele Bäume gepflanzt, das war bestimmt Komrad. Sehr gut. Hinter dir! Hinter dir! ... 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 Oh, einen Level 2 Holzknüppel. Ich hab auch einen. Ich hab auch einen. Ah, wo seid ihr? Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ah, du bist gar nicht mehr blau. Das ist irritierend. Wo ist zu Hause? Ah, Leute. Da kommt gleich was durch. Gebe ich mich auch mal wieder nach Hause. Hab ich dir gerade geteilt. Ich muss einfach nur auf meine Bettrollen. Hab ich ja nicht für dich. Rolf gemacht. Jawohl. Oh, die Beine sind wirklich sehr hübsch. Kresor. Und welchen? Kläfer. Kläfer. Käfer? Oder Kläfer? Kläfer. Schläfer. Okay. sag mal schnell 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 was fängt mit schrot an heute mit flinte auf ja genau wo weißt du das keine ahnung das geht jetzt ganz schnell du musst dreimal deine achse reparieren ja aber wir haben schon 22 was meinst du mit dreimal die akt reparieren und dann was meinst du mit dreimal die achs reparieren um meinen waffenschrank aufzumachen ich verabschiede mich dann auch auch vom stream danke fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß und damit auf wiedersehen